Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Mann, der euch eine Menge Entschuldigungen schuldet. Das Silmarillion der Streikenden, die Enzyklopädie, der, ich kann heute nicht, ich komme mir nicht vorbereiten. Hier ist der Mann, auf den ihr allerewig gewartet habt, der euch jetzt eine kleine Abbitte leisten wird. Hier ist der Michael. Hallihallo, das mit der Abbitte lasse ich, aber ich entschuldige mich dafür, dass es jetzt echt sehr lange gedauert hat. Aber es war auch sehr extrem viel los am Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, angefangen von diversen Krankheiten über diverse Serien und Filme, die rausgekommen sind. Sodass ich nie dazu gekommen bin, mir die Zeit zu nehmen, die einfach der dritte Teil nochmal benötigt, um ehrwürdig in unserer Reihe der Herr-der-Ringe-Filme aufgenommen zu werden. Weil einfach nur so drüber sprechen kann ja jeder, ne? Da weißt du aber, dass du dich jetzt ja auch schon ein bisschen so selbst unter Druck gesetzt hast, ne? Weil wenn du das jetzt hier ankündigst und wir sind bei diesem Podcast dann, keine Ahnung, in einer halben Stunde durch, dann sind die Leute zurecht. Und ich auch etwas enttäuscht. Ich bin ja schon mal froh, dass wir es immerhin geschafft haben, diese Reihe innerhalb eines Jahres abzuschließen. Kannst du dich noch daran erinnern, wann wir die erste Folge zum Hobbit aufgenommen haben? Beziehungsweise wann die rauskam? Müsste irgendwie so wahrscheinlich April, Mai gewesen sein. Wir haben 27. Mai letzten Jahres und ich habe nochmal kurz quer gehört, ich glaube wir haben mehr als einmal versprochen, dass wir pünktlich zum Start der Rings of Power Serie damit fertig sind. Hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber gut Ding will Weile haben und dann bin ich natürlich auch mal gespannt, was du denn da so alles an Trivia, Insights und Wissen hast. Denn wie immer für alle, die jetzt vielleicht die anderen Folgen nicht mehr so präsent haben, weil es ja schon eine Weile her ist, ich weiß gar nicht warum, ich bin hier der Dumme und der Michael hat Ahnung davon. Das heißt, ich werfe unqualifizierte Kommentare zu den Filmen, zur Handlung, zum Tolkienverse rein und werde von Michael dann zwei Stunden lang korrigiert. Schauen wir mal. Es gibt ein paar kleine Neuigkeiten, gerade Stichwort Rings of Power. Ein paar neue Cast-Meldungen sind dazu gekommen, es gab ja schon die Umbesetzung des Ork-Führers, dieses ADA oder wie der hieß, der wurde ja schon umbesetzt. Und eine Sache hat mich aber dann doch sehr gefreut, nämlich dass jetzt Sirian, ich glaube so spricht man ihn aus, Heinz, Heinz, Sirian Heinz. Man erkennt ihn an seiner Visage. Absolut, ein absoluter Charakterkopf und ich mag ihn auch, ich mochte ihn in Rome, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen als Cäsar, das war schon ziemlich gut. Dann hat er in der ersten Staffel von The Terror mitgespielt. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Staffeln von The Terror, aber nur die erste ist wirklich gut, die solltet ihr auf jeden Fall schauen. Ich glaube auf Amazon Prime läuft die oder schon ein paar Jahre alt, schon drei, vier Jahre alt, aber richtig gut. Und er war noch irgendwo, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ach, in Game of Thrones war er natürlich auch noch. Ja, klar, wer war nicht in Game of Thrones? Ja, jedenfalls von den britischen Darstellern, ne? Das Tatort, die Soko, des englischsprachigen Raums irgendwie, ja. Es sind noch ein paar weitere dazugekommen, mir sagen die ehrlich gesagt alle nichts. Tenya Moody, die hat in Star Wars 9 mitgespielt. Rory Kinna, der hat in Peaky Blinders, glaube ich, mitgespielt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ne, der war in dem Penny Dreadful. Alle Serien, die ich jetzt so nicht gesehen habe, deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Sonst hat sich, außer einer sehr, sehr unangenehmen Lobhudelei in der Pressemeldung zu diesem Cast-Update, ehrlich gesagt bisher bei Rings of Power, seit wir es beendet haben, nicht mehr so viel getan. Ist ja meistens so bei Serien, die jetzt nicht so abgehen. Und letztendlich muss man ja sagen, Rings of Power war okay, es war ein Ereignis. Es wurde wahrscheinlich auch noch durch House of the Dragon noch weiter hochgepusht durch den Vergleich. Aber jetzt wird es erst ab der zweiten Staffel so wirklich zeigen, ob es Beine hat oder nicht. Ja, das stimmt allerdings. Beine? Okay, mir fällt jetzt keine gute Überleitung zum Stichwort Beine ein. Die ist irgendwie jetzt darüber, die jetzt ein gutes Stichwort wäre, um jetzt einfach mal zu sagen, Michael, nee, mir fällt echt gerade nichts ein. Vielleicht nehmt doch mal die Beine in die Hand und hört auf nerdizismus.de noch, was wir sonst noch haben. Aber es ist irgendwie nicht gut. Aber du weißt ja, was ich meine. Und ihr, liebe Hörer, die ja schon längst dabei sind, ihr wisst, was jetzt kommt und alle, die neu sind. Für euch haben wir ein paar Informationen. Genau, denn ihr geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir seit 2014, 2015 alles so gemacht, geschrieben, gesprochen und aufgenommen haben. Und das Wichtigste ist, was wir immer gerne von euch hören, ist nämlich Feedback. Und das schreibt ihr uns bitte an die Info-App nerdizismus.de, falls ihr noch mit E-Mails unterwegs seid. Wer moderner unterwegs ist, kann das gerne auch datenschutzrechtlich, hoffentlich unbedenklich her, über WhatsApp machen, an die 01525 964 7709, wem das zu schnell war, nerdizismus.de. Oder ihr diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de slash Discord, wo wir uns immer gerne zusammen unterhalten. Und am besten gefallen uns natürlich auch Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und Spotify, wenn wir uns da ein paar Sterne hinterlassen, dann hilft das dem Algorithmus und auch unserer Show in den Charts weiter oben zu kommen und dann auch besser gefunden zu werden. Deswegen haben wir auch auf diesem Kanal, wie auch auf unseren anderen Kanälen eine kleine Ankündigung, der reine Feed für Game of Nerds-Folgen, wo es also um House of the Dragon, Game of Thrones, Rings of Power, Herr der Ringe und vielleicht auch noch andere Fantasy-Franchises gehen wird. Der wird demnächst beendet, so weitergeleitet, whatever. Und das heißt nicht, dass euch eine Folge verloren geht, das heißt auch nicht, dass es mit der Reihe nicht weitergeht, aber sie wird nur noch auf unserem Hauptfeed Nerdizismus stattfinden. Und deswegen möchten wir euch bitten, egal ob ihr jetzt auf Podcast Addict, auf iTunes, auf Spotify unterwegs seid, sucht doch einfach mal direkt nach Nerdizismus und abonniert diesen Feed, dann verpasst ihr nichts und ihr könnt auch alle alten Game of Nerds-Folgen euch wieder rausholen und raussuchen. Da geht euch nichts verloren, aber wir werden jetzt alle Shows auf einen Feed konzentrieren, denn das hilft uns in den Charts weiter nach oben zu steigen, wobei wir ein kleines Achievement anlockt haben. Denn wir waren ja schon öfter mal auch in den Top 3, Top 5 bei Amazon und bei iTunes und so weiter, aber wir haben es wirklich noch nie geschafft, an den Kollegen Spender und Sträter vorbeizukommen. Aber die Schweizer waren so freundlich, uns in den Charts endlich mal an Sträter, Bender und Streberg vorbeizuführen. Da sind wir eben jetzt gerade in den TV-Reviews auf Platz 2 hinter Skip-Intro vom Bayerischen Rundfunk. Das fand ich dann ganz schön, weil in den deutschen Charts kommst du einfach an den drei nicht vorbei. Wollen wir es versuchen? Ja, ihr müsst uns dabei helfen, also empfehlt uns euren Freunden, empfehlt uns euren Arbeitskollegen, verbreitet den Nerdizismus in der Welt. Und es gibt Nerds da draußen, es gibt Nerds da draußen. Ich greife jetzt mal für unsere Track-Nerds ein bisschen vor. Der Klingelton von unserem neuen Verteidigungsminister ist die TNG-Titelmelodie. Ach, in der Tat? Ja, weil bei dem ging letztens in der Pressekonferenz mal das Handy los und er hat in der Tat die Next Generation Wucke als Klingelton. Sehr gut. Naja. So, heute geht es aber nicht um die Track-Nerds, da geht es natürlich auch weiter und auch ins All, ins Star Wars Galaxy-Universum werden wir natürlich auch noch demnächst gehen. Heute dreht sich es jetzt um den dritten Teil, die Rückkehr des Königs unserer Herr-der-Ringe-Reihe. Auch hier werden wir wieder die Extended-Version besprechen, die satte 62 Minuten mehr auf der Uhr hat als die Kinofassung. Das ist schon echt ein Brett. Es geht ungefähr vier Stunden oder so, ohne die Credits geht es vier Stunden, vier Stunden, zwei Minuten in der Richtung. Ja, allerdings. Ich frag dich ja auch immer nach den Rotten Tomato und Critics-Scores. Der letzte Teil, den wir besprochen haben, The Two Towers, der war ja phänomenal, 95 Critics, 95 Audience-Score. Was glaubst du, hat der dritte Teil abgeschnitten, der ganz noch Schose hier? Mindestens ähnlich, weil der hat ja auch irgendwie 13 Oscars am Ende abgeräumt und ich glaube, wir sollten schon in die Richtung 95, 96 gehen, was das angeht. Ja, interessanterweise nicht ganz. Critics-Score 93, Audience-Score 86. Jetzt ist halt die Frage, was wurde jetzt bewertet? Hauptsächlich die Kino-Version oder vielleicht doch die Extended-Version? Macht das überhaupt einen großen Unterschied? Wir werden gleich drüber sprechen, aber du hast recht. Der Film hat einen sogenannten Clean Sweep hingelegt. Er hat nämlich in allen Kategorien, für die er nominiert war, den Oscar gewonnen. Und das ist wirklich krass, weil er hat nicht nur den besten Film gewonnen, die beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, bestes Make-up, beste visuelle Effekte, bester Schnitt, bester Ton, beste Filmmusik und sogar noch den besten Filmsong. Genau. Und es ist der erste Fantasy-Film, der einen Academy Award für den besten Film bekommen haben. Plus, und das zählt ja in dieser Zeit der eine Milliarde Dollar Marke, die jeder, eigentlich jeder Marvel-Film durchbricht, war es erst der zweite Film nach Titanic, der das geschafft hat. Und wenn man jetzt denkt, wie haben die anderen denn keine Oscars gekriegt? Ja, doch, aber halt immer nur so diese kleinen Neben-Oscars. Visuelle Effekte, bester Schnitt und immer nominiert für Film, Schnitt, Ton und so weiter, aber nie welche gekriegt. Und dann hat man sich vielleicht auch so ein bisschen gedacht, gut, komm, jetzt ist er, ich will nicht sagen, immer leer ausgegangen, aber halt immer so knapp an den großen Sachen vorbei. Der erste Teil hat vier Oscars gewonnen für die Filmmusik, visuelle Effekte, Make-up und Kamera, aber da fehlte halt irgendwie noch so das i-Tüpfelchen, ja, das für Peter Jackson halt direkt persönlich als, ja, man kann schon ein bisschen sagen, ein bisschen Lebenswerk, so. Das war schon so sein Ding, ne? Ich meine, man muss sich mal erinnern, wie das damals war und dieses fucking Ding ist ja schon 20 Jahre alt, also dieses Jahr ist es wirklich 20 Jahre alt und was das überhaupt für eine Leistung war. Die Dinger wurden ja in eins gedreht, was das angeht und dann in den Jahren danach veröffentlicht und am Ende die Extended noch rausgebracht, aber ich glaube, mit Peter Jackson wird man in Zukunft fast nichts anderes mehr verbinden, außer diesen Filmen. Wenn er sich nicht ganz, so ein bisschen das Ganze beschleckt hätte durch die Hobbit-Filme. Über die wir ja schon in aller Ausführlichkeit gesprochen haben. Ja, meinste, er hat jetzt so den, den Fluch der Herr der Ringereihe so an den Hacken, will sagen, alles wird jetzt damit verglichen werden und er kann gar nicht mehr gewinnen. Ich meine, was kam denn nach der ganzen Geschichte? Da kam mir ehrlich gesagt nur noch drei größere Sachen. Da kam zum einen They Shall Not Grow Old, ein zugegebenermaßen eindrucksvoller Film, aber am Ende des Tages halt ein Dokumentarfilm, denn da hat man alte Erste Weltkriegsaufnahmen mittels künstlicher Intelligenz auf 25 Frames beschleunigt, also beziehungsweise verlangsamt eigentlich sogar, damit die also nicht, ihr kennt das ja aus so alten 20er Jahre Filmen oder ersten Filmen, dass die Leute immer so abgehackt gehen. Man hat es also langsam und man hat es künstlich koloriert und man hat den Soldaten Lippenleser vorgesetzt und hat dann versucht zu übersetzen und zu synchronisieren, was die auf den Aufnahmen sagen. Und herausgekommen ist ein sehr beeindruckendes Stück Filmgeschichte über den Ersten Weltkrieg und die Grabenkämpfe dort. Danach kam Mortal Engines, Krieg der Städte. Bin ich da eingeschlafen? Ich bin glaube ich auch beim ersten Mal eingeschlafen, aber ich fand ihn trotzdem jetzt auch nicht so scheiße. Weißt du, was der mich erinnert hat und welcher Liga der bei mir läuft? So wie Sky Captain and the World of Tomorrow. Das stimmt, so ein ganz vergessener Film mittlerweile, aber ja, das könnte passen vom Niveau her. So irgendwie nicht richtig schlecht, aber es fehlen so die Sachen, um so durchzubrechen. Gut, wir dürfen natürlich nicht vergessen, kamen noch ein paar andere Sachen, King Kong kam noch danach, aber auch King Kong hat, wie jeder nur gesagt, ist von dem Typen, der Herr der Ringe gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der King Kong nicht so durchgestartet wäre, wenn er ihn nicht gemacht hätte mit der Reputation von den Teilen. Ich fand den aber auch gar nicht mal so schlecht. Er war natürlich im Schatten von Herr der Ringe ganz klar dabei, ich hatte ihm wahrscheinlich geholfen, aber das ist in der Tat ein King Kong Film, den ich mir ab und zu mal wieder gerne ansehe. Der King Kong war einer meiner ersten und auch einer von 10, 15 HD-DVDs, erinnert ihr euch noch da dran? Das waren die Blu-Rays mit der braunen Verpackung, beziehungsweise mit dieser rot-braunen Verpackung, als ich, von wem war das? War das von Microsoft? Auf jeden Fall hatte ich für die Xbox 360 halt dieses HD-DVD-Laufwerk. Ja, 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 das war, die 360 hatte es, weil Microsoft mit auf den, mit draufgesprungen ist auf das Ganze, aber es war glaube ich nicht von Microsoft, das waren ja diese typische, damals gab es ja noch die Formatkriege, das gibt es ja heutzutage eher nicht, weil wir ja von physischen Medien so langsam weggehen, aber genauso wie, war das VHS und Betamax? Exakt, ja, und Video 2000, das waren so die drei, die so konkurriert haben. Ja, und dann hatte man DVD und Video-CD, irgendwie sowas, die so ein bisschen miteinander gekämpft haben, ich glaube in der Richtung, und dann hatte man in der HD-Ära, am Anfang der HD-Ära, genau diese zwei Formate, von denen dann am Ende Blu-Ray gewonnen hat, was nicht zuletzt übrigens auch der Playstation 2 ganz stark zu verdanken war. Ja, absolut, weil im Gegensatz zur Xbox brauchst du kein Zusatzlaufwerk und du hast an der Stelle dann einfach halt zwei in eins gehabt und ich meine, ganz ehrlich, ich habe die HD-DVD auch nicht gekauft, das Laufwerk, als es rauskam, sondern um ehrlich zu sein, als der Formatkrieg schon entschieden war, weil da hast du die DVDs, also die HD-DVDs für einen Fünfer gekriegt und ich glaube, das Laufwerk hat 69 Euro oder so, so gekostet, 59, also gar nichts mehr und dann habe ich einfach die 25 Filme, die es gab, für 5 Euro irgendwann vom Grabeltisch beim Mediamarkt oder so mitgenommen. Ich meine, da war ja dann alles dabei, da war ja Superman Returns, was heißt alles dabei, aber da waren ja ganz gute Sachen dabei, alle Stanley Kubrick Sachen kamen auf HD-DVD raus, dann eben der King Kong, Superman Returns. Ich habe übrigens gerade Mist erzählt, das war die Playstation 3, nicht die Playstation 2. Ah, okay. Die Playstation 2 hat die DVD zum Durchbruch. Die hat die DVD, ich wollte gerade, genau, du hast die DVD. Aber auch das war, natürlich, ich hatte dadurch, dass ich mich relativ, als ich mal vom PC wieder weg bin auf Konsolen, hatte ich mich dann nach der Playstation für eine Xbox entschieden. Und als Hammer Student, dass ich dann jetzt ja nicht zwei oder drei Konsolen da rumstehen habe, wie heute, also war ich dann erstmal auf der Xbox so ein bisschen festgelegt und die konnte kein, die hatte keinen DVD-Player drin, also keinen Film-DVD-Player meines Wissens. Nee, hatte die nicht und dann musste ich auf einen DVD-Player umsteigen, der mich irgendwie fast 800 Mark gekostet hat, ja, ich weiß noch, genau, und da habe ich dann die erste, die erste DVD, die ich gekauft habe, war die Viererbox Alien, 1, 2, 3, 4. Und auf meinem, keine Ahnung, wie viel Zoll Röhrenfernsehen, 17 Zoll Röhren-TV, bin ich trotzdem schier weggeblasen worden, was für ein geiles Bild das war. Ja, also ich meine, der Sprung von VHS auf DVD damals, der war so krass, was das anging. Ich glaube, meine ersten DVDs waren irgendwas mit, ich glaube, Matrix war dabei. Ja, in diesem Snapper-Case. Genau, in dem Snapper-Case, genau. Und der Star Wars Episode 2, wo vor allem, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, diese Szene, wo Obi-Wan durch den Weltraum fliegt und diese Akustik-Bomben da geschmissen werden, die kam so krass auf ein gutes Soundsystem mit DVD rüber, das kannte man bis dahin noch gar nicht. Ja, und um die Geschichte, um die Formate dann auch abzuschließen, habe ich, glaube ich, inzwischen, die Herr der Ringe Sachen jetzt dreimal. Mal gekauft. Ich habe die Kino-Version gekauft, dann kam, aber das habe ich nur beim ersten Teil gemacht, weil dann war relativ schnell klar, da kommt eine Extended-Version und dann habe ich aber nie wieder die Kino-Version gekauft, weil ich dann immer gleich auf die Extended-Version gewartet habe. Und dann bin ich aber jahrelang mit den DVDs rumgerannt, weil die reichten irgendwie. Und dann habe ich die Blu-ray-Box gekauft. Ich hatte sie aber zwischendurch, die Extended-Version, auch mal bei Amazon, glaube ich, gekauft. Ja, doch, die sind in meiner Amazon-Bibliothek, weil ich sie auch mal digital haben wollte. Das heißt, ich habe es jetzt dreimal gekauft und die Hobbit-Sachen habe ich auch einmal so eine Dreier-Box mit den Extended gekauft. Ich hatte vorher alle drei Extended einzeln, nee, die ersten zwei Extended einzeln. Den dritten Teil, den kriegst du nämlich fast gar nicht mehr als Extended einzeln. Und er war teurer als die Dreier-Box Extended, also hast du die auch noch geholt. Es gab ja, also ich habe es mir auch bestimmt irgendwie viermal geholt. Erstmal die Extended-Sachen, vor allen Dingen in der Collectors-Edition, immer wo einmal die Gollum-Figur dabei war, einmal die Argonad waren dabei und dann Minas Tiritz. Dann habe ich mir die Blu-rays geholt, dann habe ich mir die Special-Edition von den Blu-rays geholt, wo ich echt ein Schnäppchen gemacht habe. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt mit Amazon. Hört in unseren alten Podcasten nochmal zu Hateringe nach. Und dann die 4K-Version, die UHD-Version des Ganzen. Und jetzt am Ende habe ich, glaube ich, sogar nochmal auf iTunes mir die gesamte, die beiden Trilogien auch nochmal für den 20er, also so geholt, die dann auch ordentlich in UHD geupdatet worden sind. Ich habe sie in meinem Google-Konto, habe ich alle Filmversionen irgendwie zweimal drin, weil damals hat man ja noch Codes einlösen können. Ich habe sie bei iTunes, glaube ich, zweimal drin. Ich kann, ich glaube, egal welches digitale Konto ich reinschaue, was mit Video zu tun hat, habe ich mindestens einmal die Trilogie dabei. Ja, der hat schon ganz gut Geld an uns gemacht. Er hat auch wirklich, und dann können wir auch da mal ganz kurz abschließen, der Film, über den wir jetzt sprechen, also Rückkehr des Königs, ist am Ende, beziehungsweise aktuell, auf Platz 27 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, was das Einspielergebnis angeht. Wenn man Inflation dazu nimmt? Ja, das ist jetzt eine, das ist jetzt die Wikipedia-Reihe, ich glaube, wenn man Inflation dazu nimmt, dann heißt es ja immer noch, dass es vom Winde verweht wäre, aber das ist jetzt hier eine Liste, wo er nicht dabei ist und das weiß ich auch nicht, der erfolgreichste Film gelistet nach dem Einspielergebnis in allen Kinos weltweit und auch inflationsbereinigt, okay. Da ist übrigens Avatar, Aufbruch nach der Pandora immer noch ganz weit vorne, mit am Ende 2,9 Milliarden Einspielergebnis, dann kommt Avengers Endgame mit 2,78 Milliarden, dann Avatar 2 mit 2,2 Milliarden, dann Titanic immer noch 2,2. Dann ist aber schon Star Wars Erwachender Macht, Infinity War, Spider-Man, Jurassic World und König der Löwen, das Remake und die Marvel Avengers von 2,12 runden die Top 10 dann ab und dann kommen, wie gesagt, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs als erster Herr der Ringe-Film dann auf Platz 27. Ja, hier ist es, ich habe jetzt gerade eine Lifetime-Adjusted-Version für Box Office, also für die Inflation, da ist, ja, Gone with Wind ganz am Anfang, dann kommt Star Wars, der normale Sound of Music, Sound of Music habe ich nie gesehen und dann E.T. Und dann kommt erst Titanic. Ja. Und Herr der Ringe ist auf, der Rückkehr des Königs ist auf Platz 59, was das angeht. Ja, das wird halt wahrscheinlich deswegen sein, weil die einfach über die Jahre hinweg durch die ganzen Tantiemen und so weiter so viel umgerechnet einspielen konnten, das kannst du halt natürlich allein durch den Zeitfaktor halt nicht mehr aufholen. Naja, klar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es das sein. Ja, obwohl man sagen muss hier, Force Awakens ist auf Platz 11, was das angeht, für die Inflationsangepasst. Also vielleicht gibt es hier irgendeinen Hörer, Hörerin da draußen, die durch das Ganze irgendwie durchsteigt. Ich gucke gerade eben nochmal, wenn wir jetzt gerade hier in der Reihe sind, dann sieht es für Deutschland aber durchaus anders aus. In den deutschen Kinos haben wir zwar auch Avatar 1 und 2 und dann Titanic auf 3, dann kommt das Erwachen der Macht, aber dann kommt der Hobbit, eine unerwartete Reise auf Platz 5. Smaugs ein, Öde auf Platz 6 und dann kommt Herr der Ringe, Rückkehr des Königs auf 7, zwei Türme auf 12 und die Gefährten auf 13. Und da sind auch dann, wie es sich für einen Deutschen gehört, natürlich auch noch zwei Bond-Filme in den Top 20, drei Bond-Filme in den Top 20. Fehlt eigentlich nur noch irgendwie so ein Bud Spencer-Film. Und natürlich kein Ohrhasen muss natürlich, und fuck you Goethe, keine deutsche Liste ohne deutsche Komödie. Ja, aber Spencer ist bestimmt bei den TV-Wiederholungen. Hat sich eigentlich die Herr der Ringe-Reihe auch so ein bisschen zum Weihnachtsevent-Film entwickelt? So gefühlt kommen die an Weihnachten immer, oder? Ja, ich glaube bei vielen Familien ist es so, dass die immer wieder an Weihnachten wiederholt werden. Bei mir ist es eher, wenn ich mal Lust drauf habe, weil ich schon längst vom analogen Fernsehen weggewandert bin. Aber zumindest in den 15 Jahren danach weiß ich es von ein, zwei Freunden, dass es wirklich an Weihnachten immer auf der Watchlist stand. Wobei das jetzt, muss ich sagen, kein Film oder keine Filme sind, wo ich unbedingt hängen bleibe, wenn er im Fernsehen kommt. Nee, ist ja auch nur die normale Version, die da läuft. Und dann mit Werbung. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, ist, dass die normale Version läuft. Werbung, klar, dann bleibe ich mal hängen. Aber es ist jetzt nicht so wie bei dem Bond oder Bud Spencer oder Louis de Finney, wo ich eigentlich irgendwie so grundsätzlich oder, hey, ganz ehrlich, wenn im Fernsehen so ein alter Römerschinken läuft, Quades, Cleopatra, Ben Hurd, boah, bin ich immer sofort dabei, ja. Ja gut, aber das läuft dann ja auch wirklich auf dem Dritten ohne Werbung. Richtig, ja, ganz genau. Genau. Und hier, ja, bleibe ich selten hängen. Und das wiederholt anzutreffende Phänomen, dass natürlich dann die Effekte auch irgendwie nicht so gut rüberkommen. Ja, ich überlege gerade, wie wollen wir es machen? Hast du ein bisschen Produktions-Trivia für uns, bevor wir in die eigentliche Handlung einsteigen? Denn die ist ja durchaus bemerkenswert. Und es gibt ja auch viele Dinge, die ich dich fragen möchte rund um das Lore, auch jetzt gerade im Hinblick auf Rings of Power, wo ich ja dann doch wieder einiges gelernt habe. Was aber dann noch Fragen aufwirft, zum Beispiel, ist Sauron wirklich tot? Hat Frodo eigentlich seinen Job gut gemacht? Und so weiter und so weiter. Hast du ein bisschen Produktions-Trivia oder sollen wir gleich einsteigen? Wir können, glaube ich, besser einsteigen, weil die Produktions-Trivia, die kommt immer so zwischendurch bei den entsprechenden Szenen, wenn man das so aufruft. Ich glaube, diese Trivia insgesamt haben wir so ein bisschen drumherum. Aber wenn wir so wieder wie bei den vorherigen Filmen chronologisch durchgehen, dann kommt, glaube ich, so langsam das alles wieder auf, was es da zu erzählen gibt. Prima. Es geht los mit dem Prolog mit Smeagol und Dergol, die wir beim Angeln sehen. Also Gollum in seiner Hobbit-Erscheinung noch. Übrigens, ein Oscar fehlt. Gut, Andy Serkis hat keinen gekriegt. Gut, er war auch nicht nominiert, aber ich finde, das ist das, da tut man, also, das fehlt noch. Andy Serkis hat für den Gollum, wir können ja mal über Gollum einfach sprechen, weil wir sehen hier seine Origin-Story sozusagen. Der hat A, das Spiel ja durchaus revolutioniert. Gut, okay, es gab vorher auch schon Jar Jar Binks. Okay, gut, ja. Es war jetzt nicht der erste komplett digitale Charakter, das stimmt. Aber ich glaube, er hat die Art und Weise, wie Motion-Capturing-Charaktere, digitale CGI-Charaktere dargestellt, gemacht, integriert werden können, nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke und mir die Oscar-Liste da gerade nochmal vor Augen führe, der hätte eigentlich schon noch einen verdient gehabt. Definitiv. Ich glaube, damals war die Diskussion einfach darum, ob die Leistung davon, die der Digital Artists ist oder die Leistung von Andy Serkis dahinter steckt. Das war ja so das Anfang des Motion-Capturing-Zeitalters und da waren sich alle noch nicht so bewusst, wie man das einordnen kann. Und ich glaube, die Academy hat ja sowieso mit Fortschritt so ein bisschen Probleme. Deshalb ist es wahrscheinlich in die Richtung, hat es damals schlechte Chancen gegeben. Ja, wir sehen die beiden beim Angeln und dann blinkt und blitzt etwas im Wasser. Das ist der eine Ring. Lag der jetzt dann die ganze Zeit im Wasser, wo ihn der Isildur verloren hat aus dem Prolog? Also, er wurde den Anduin wahrscheinlich ein Stückchen noch runtergeschwemmt. Genau kann man das nicht sagen, aber es ist, glaube ich, nicht die gleiche Stelle, weil der verliert es ja an einer, ich glaube, an einer Einengung des Anduin so ungefähr, was das angeht. Aber ich glaube, er wurde schon weitergespült und hat einfach darauf gewartet, dass ihn irgendjemand dann entdeckt, der ihn aus dieser misslichen Lage rausbringt. Die Szene übrigens, auch zum Trivia nochmal schnell, die sollte eigentlich schon in Two Towers in den zwei Türmen gezeigt werden. Dann haben sie sich aber doch entschieden, am Ende die als Prolog für den dritten Film reinzubringen. Ich muss auch sagen, gar nicht mal so eine schlechte Wahl, weil es dadurch, dass es ja auch ein bisschen so idyllisch und harmlos anfängt und einen ja dann eben an Hobbing und so weiter erinnert, by the way. Was allerdings sehr schlecht ist, ist der Unterwassereffekt von Deagol. Ah, okay, das ist wirklich, obviously, Schauspieler mit Windmaschine, aber gut. Und dann eine Hand, die in ein Aquarium greift. Das ist also, okay. Damit hatte ich, weiß ich noch, damit hatte ich nicht gerechnet. Also, das war ein überraschender Beginn, also, dass ich den Sündenfall von Smergol sehe, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Kommt das denn im Buch? Ich überlege gerade, weiß ich das denn? Ich überlege gerade, im Hobbit wird es nicht erzählt. Im Hobbit ist Gollum einfach da. Nein, im Buch kommt es wirklich im ersten Buch vor. An der Stelle, wo Gandalf die ganze Geschichte quasi rund um den Ring erzählt, kommt auch die Geschichte von Gollum oder Smergol vor. Und er hat alles schon so nach und nach rausgefunden. Also, das sind alles Fakten, die sich Gandalf aus einerseits der Befragung von Gollum und andererseits seinen ganzen Recherchen zusammengestellt hat und erraten hat. Und das, was Gandalf errät, ist immer noch besser als wahrscheinlich jeder Fakt, der irgendwo in dem Buch steht. Aber das in den Büchern ist es wirklich im ersten Buch relativ am Anfang, um was das geht. Okay. Ja, Sündenfall habe ich gesagt, Smergol, beziehungsweise Dergol findet den Ring, Smergol will ihn haben. Und dann, schon so ein bisschen out of nothing, erwirkt er, ich will jetzt nicht sagen, seinen besten Freund, aber zumindest mal einen Freund. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, hat sich der Ring einen solchen Charakter absichtlich ausgesucht? Also, jemand, der dafür richtig anfällig war, hätte Frodo Sam auch umgebracht? Ja, also, der Ring verstärkt ja die Eigenschaften, die guten und die schlechten seines Trägers. Und dementsprechend war bei Smergol schon einiges zu greifen. Also, er wird jetzt nicht von jetzt auf gleich zu Gollum, aber die Tendenzen für Gollum waren schon deutlich da. Und auch dieses, dass er gesagt hat, das ist mein Buch auch geschenkt, ich will es haben. Das ist zwar einerseits ein Affektmord, der da stattfindet, aber andererseits natürlich auch die ganze Tendenz, die bei Smergol schon vorhanden war. Aber, warum wird er denn dann zu Gollum? Also, würde ein Gandalf, eine Galadriel mit dem Ring auch zu irgendetwas mutieren, degenerieren? Wir haben ja eine Galadriel im ersten Film schon gesehen, wie sie die Vision davon gezeigt hat, was sie sein würde, wenn sie den Ring aufsetzen würde. Diese Terrorgöttin sozusagen. Genau, und da Gandalf und Galadriel dem Elbenvolk angehört und Gandalf ja auch nochmal ein anderes Wesen ist, hätte der Ring auf die einen gewissen Einfluss. Aber er würde das halt in ihren Eigenschaften verstärken, was das angeht. Dadurch, dass sie quasi schon übermenschliche Wesen sind, zehrt er nicht so an ihnen, wie er an einem menschenähnlichen Wesen zieht. Und da die Hobbits ja schon näher an den Menschen als an den Elben dran sind, sehen wir die Effekte, die der Ring oder die Ringe der Macht generell auf ihre Träger haben. Also es wurde uns in der Ring der, äh, äh, immer wieder gesagt, sie zehren an ihren Nutzern, bis sie ganz in die, ja, Zwischenwelt verschwinden. Und beim Ring der Macht, also wir kriegen, wir kriegen auch immer wieder gesagt, dass die Hobbits besonders zäh sind und Smegel ist ja ein Hobbit-ähnliches Wesen. Manche sagen, er ist ein Hobbit, aber es ist wahrscheinlich eher eine verwandte Art der Hobbits, die noch nicht ganz da ins Audenland rübergezogen sind, ähnlich wie wir es in Ringe der Macht mitbekommen haben. Vielleicht eher so Richtung Haarfüße, äh, da in der Ecke. Aber, äh, das, die sind zäh und dementsprechend hat der Ring einiges, was er über die, die lange Zeit verzehren kann. Und so könnte man sich auch vorstellen, dass am Ende, ähm, Bilbo oder Sam oder Frodo geendet hätten können, wenn sie den Ring für so lange Zeit getragen hätten. Und dementsprechend, der hat sein Leben stark verlängert, hat aber auch an ihm deutlich gezehrt, was man in kleinen Effekten auch an Bilbo sieht. Wie lange hat er denn dann den Ring getragen? Ich glaube, das war schon ein paar hundert Jahre, was das an, was das anging. Er ist, glaube ich, so ein, er geht in die Richtung von Yoda, glaube ich, wenn man das in Jahren vergleichen möchte. Ich bin mir gerade nicht, ähm, sicher, aber ich glaube, der müsste schon ein paar hundert Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, ja, okay, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, irgendwie so 589 Jahre war er, als er gestorben ist. So alt werden Hobbits aber ohne Ring nicht. Nein, die Hobbits, die werden menschenähnlich alt. Der alte Tuck war, glaube ich, einer der ältesten Hobbits, die es gab. Und Bilbo hat ihm ja am Ende den alten Tuck überholt, was das angeht, mit seinem, ich glaube, 131. Geburtstag, irgendwie so war das. Ähm, das ist schon, also normaler Hobbit kann in menschenähnliche Regionen gehen, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht diese ewige Zeit, die jetzt so ein Kolum erreicht hat. Also das, dementsprechend ist man dann, wird man dann zum Skelett und diese Verwandlung sehen wir ja auch ganz krass, also in diesen, in dieser Montageszene, wo es aneinander gereiht wird. Und die, das ist zum Glück heutzutage oder damals noch auch viel, viel mit Make-up und so gewesen, dass man durchgearbeitet hat und nicht komplett CGI, wie es heute ist. Das hat, glaube ich, bei Andy Circuits auch irgendwie sowas an, der letzte Teil seiner Verwandlung mit CGI Enhanced hat so ungefähr fünf Stunden gedauert, ihm das Make-up ab aufzusetzen. Hm, ja, das, das war schon eine eindrucksvolle Montage, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dieser Einführung von Gollum sehen wir dann nochmal ganz kurz Samfrote und Gollum auf ihrem Weg. Das überspringen wir jetzt, weil wir dann diesen Story-Arc mit den dreien vielleicht gleich nochmal gesondert und gesamt abhandeln werden. Wir kommen aber zum ersten großen Schnitt der Kino-Version, einem mir völlig unverständlichen Schnitt. Und nicht nur ich hab's nicht verstanden, sondern auch Christopher Lee hat's nicht verstanden, denn der ist nämlich hier der Schere zum Opfer gefallen. Und aus so vielen Gründen verstehe ich diesen Schnitt nicht, denn die komplette Szene, Saruman auf Orthanc, das Gespräch mit Gandalf dem Weißen, der Fall des Palantirs, die Ermordung durch Grima Schlangenzunge, der Tod von Grima Schlangenzunge fehlt komplett. In der Kino-Version ist es so, dass die so nach Isengard kommen, da steht dann Baumbart, hat mit seinen Ends den Job schon gemacht. Titeleinblendung, sie treffen auf Pippin und Mary, wow, und dann liegt der Palantir im Wasser und that's it. Und wenn du da halt diese längere, sechsminütige Sequenz kennst, dann muss ich ganz ernsthaft sagen, so, wieso ist das der Schere zum Opfer gefallen? Mir völlig unverständlich. Das hat Sir Christopher Lee auch nicht verstanden. Er war, quote, not amused, was das alles anging. Der hatte auch schon eine Zeit lang, war da im Streit mit Peter Jackson und hat sich erst nur überzeugen lassen, also hat mit ihm Frieden geschlossen, als Saruman eine größere Rolle in den Hobbit-Filmen hatte. Aber ja, das ist auch, ich weiß gar nicht mehr, als ich das im Kino gesehen habe, wie ich darauf reagiert habe, weil ich auch die Bücher im Kopf habe. Aber wenn man es jetzt so im Vergleich sieht, dann ist es schon schwer zu verstehen, warum man ausgerechnet das rausschneiden sollte, weil Saruman ja doch schon einen sehr großen, wichtigen Teil in den zwei Türmen gespielt hat. Genau. Und in der Kinoversion heißt es dann einfach nur, ja, um Saruman haben wir uns gekümmert. Fertig, aus. Okay. Okay. Kleiner Funfact hier am Rande, der wird ja dann von Grima Schlangenzunge erstochen und Peter Jackson wollte, dass er so einen richtigen Todesschrei von sich gibt. Und dann hat der Christopher Lee und vielleicht war das die Rache an der Sache, deswegen hat der Peter rausgeschnitten, hat sich nämlich geweigert, so einen Todesschrei zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, das meine ich, ich mache nur so ein, ah, ah. Und man hat ihn dann gewähren lassen, denn der gute Christopher Lee war ja zu, und er hat auch immer gesagt, er wüsste das, dass Leute sich so anhören, die erstochen wurden. Und jetzt muss man halt wissen, dass er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein OSS-Agent war, also vom militärischen Geheimdienst. Und dann gingen halt so die Gerüchte am Set rum, ob er nicht vielleicht aus erster Hand wüsste, wie sich ein Erstochener anhört. Weil er so drauf bestanden hat, dass Menschen, die erstochen werden, nicht so einen Schrei von sich geben. Die ganze Szene, auch wenn sie jetzt nicht in der Kinoversion drin ist und er extendet, ist dann doch schon eine starke Abweichung vom Buch, die wir haben. Also das Ende von Saruman ist ähnlich im Buch. Er wird von Grima erstochen, was das angeht, aber an einem ganz anderen Ort zu einer ganz anderen Zeit, weil wir im Film ja nicht die Befreiung des Auenlandes haben. The Scouring of the Shire heißt das, glaube ich, im Englischen. Das Kapitel wurde ja für die Filme komplett rausgelassen. Es wurde angedeutet in dem Spiegel von Galadriel, wo man so ein bisschen diese schreckliche Zukunftsvision hat. Das ist eigentlich das, was auch während der Befreiung des Auenlandes stattgefunden hat. Und Saruman spielt nämlich dahinter noch eine wichtige Rolle. Im Buch ist es so, dass er auch im Ohrtank eingesperrt wird und Baumbart auf ihn achten soll. Aber irgendwann, nachdem dann der Ring zerstört wurde und Saruman wirklich scheiße drauf war, hat dann Baumbart gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht so ein Trauerkloss bei mir haben, hau bloß ab, so ungefähr. Deshalb sollte man sich nicht auf Enz verlassen als Gefängniswärter. Und dementsprechend ist Saruman weitergezogen und hat dann seine Rache an den Hobbits verübt, indem er das Auenland so ziemlich von einem Paradies in die Hölle verwandelt hat. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Das hätte man aber dem durchschnittlichen Kinozuschauer fast nicht zumuten können. Die meisten waren ja schon geschockt, ob der Vision, die Frodo im ersten Teil hatte, von den versklavten Hobbits. Und genau so war es. Auch wenn jetzt keine Orks da unterwegs waren, waren dann doch, ich glaube, viele Südländer, die Saruman für sich unter seiner Kontrolle hatte. Die hat er als kleine Armee, beziehungsweise ein paar Hundert hat er, glaube ich, nur ins Auenland mit reingenommen, um das Auenland zu unterwerfen und Steinhäuser aufzubauen und die Hobbits zu unterjochen und quasi so einen kleinen Nazi-Staat aufzubauen, was das angeht. Gut, hier wurde drüber gesprungen. Hier hat man dementsprechend die Szene, wo Saruman auch verhandelt. Das haben wir im Buch genauso. Und im Buch wird es so beschrieben, dass Saruman seine Stimme einsetzt, um Gandalf zu überzeugen. Und alle anderen unter dem Eindruck sind, dass Gandalf jetzt gleich schnell die Seiten wechseln würde, weil Saruman dann doch schon noch die Macht seiner Stimme hatte. Am Ende zerstört auch er im Buch eher den Stab von Saruman. Und Grima, der sauer auf die anderen ist und Saruman helfen möchte, schmeißt dann den Palantir nach unten, was dann Saruman erst recht erbostet. Ich meine, immerhin sieht man hier Zauberer mal zaubern. Der war so ein schöner Feuerball. Aber das haben wir im Buch auch nicht, dieses Zauberer-Duell. Da haben wir wirklich nur ein Duell der eher subtilen Zauberkräfte. Aber das hatten wir, glaube ich, in einem unserer ersten, letzten Casts ja schon gesagt, als das erste Aufeinandertreffen war zwischen Saruman und Gandalf, dass es ja halt auch kein Harry-Potter-mäßiges Blitzegewerfe ist. Ja, ja. Auch wenn ich mir das durchaus ein bisschen gewünscht hätte. Aber gut, das hatten sie ja dann beim Hobbit ein bisschen geändert. Da darf Herr Gandalf dann durchaus etwas mehr zaubern. Hier in diesem Film ist es durchaus so, dass ich mir gerade bei der Schlacht bei Minas Tirith immer so denke, naja, sonderlich viel zaubern tut er halt nicht. Er macht einmal, blendet er die Nazgul dann gleich, aber mehr passiert ja nicht. Aber gut, wir greifen vor. Bevor es dann nämlich soweit ist, wird erst mal gefeiert und zwar in Edoras. Da gibt es nämlich eine kleine Siegesfeier, auf der, ja, ich habe immer so mein Problem mit Comedy-haftem Betrinken. Es gibt dann nämlich einen kleinen Trinkwettbewerb zwischen Gimli und Legolas und irgendwie kann Alkohol-Elben wohl nichts antun. Und Gimli fällt dann so comichaft mit verdrehten, schielenden Augen nach dem drölfzigsten Krug dann irgendwann nach hinten. Ist so eine Szene, wo ich sage, ja, habe ich im Kino bestimmt auch irgendwie gelacht. So jetzt nach dem Xen mal gucken. Ja, ist jetzt nicht so gut gealtert irgendwie. Ja, das ist auch so eine Szene, da haben sich viele Fans drüber beschwert, weil es ist in der Tat wäre die Frage, ob Legolas ein Trinkduell gegen Gimli überhaupt gewinnen könnte. Also einige Fans sind der Meinung, dass Gimli das am Ende gewinnen würde und nicht Legolas. Es stimmt schon so, dass man sagt, dass die Elben wohl nicht so leicht vergiftet werden können, obwohl sich Tolkien dann teilweise dann auch widerspricht, was das angeht. Aber so konkret wurde das mit dem Trinken nie in den Büchern erwähnt. Also dementsprechend sind die Fans immer noch der Meinung, dass Gimli hätte gewinnen müssen bei diesem Trinkduell. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Thema ist. Ich meine, die Elben haben ja im Hobbit auch, es gibt ja extra diese Weinfass-Szene, also die trinken ja schon. Und wenn ich mich recht entsinne, da haben wir auch im Hobbit im Unterschied zum Buch drüber gesprochen, werden die Waldelben nicht als besonders albern und latent betrunken dargestellt im Buch? Eben, ich erinnere mich. Genau. Naja, Gandalf hat schon so ein paar dunkle Vorahnungen, dass dieses Fest wohl eins der letzten Feste ist, die man unter Umständen jetzt feiern könnte. Und er schaut dann mit einem melancholisch wehmütigen Blick, wie ihn irgendwie nur Ian McKellen drauf hat. Oder? Das ist so eine, der guckt so gütig irgendwie, aber trotzdem besorgt. Und da muss man sagen, gefällt mir auch dieser Schnitt dann auf Pippin, der das merkt. Und Pippin hat ja auch schon in der Szene vorher den Palantir kurz mal gesehen und das hat irgendwas mit ihm gemacht. Dazu muss man ja auch wieder sagen, wir haben über die Palantiri ja schon ein bisschen gesprochen, was das angeht. Die sind natürlich mächtige Werkzeuge, die von den Menschen aus dem zweiten Zeitalter geschaffen worden sind. Und dementsprechend, weil Sauron eigentlich das Netzwerk unter Kontrolle hat, ist es schwer, sich dem zu erwehren. Ja, das könnt ihr, ich glaube, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen und ich glaube, wir haben auch im Rings of Power drüber gesprochen, als die Palantire sind. Also wenn ihr dazu was wissen wollt, hört dann da mal rein. Auf jeden Fall ist der Pippi natürlich ganz naseweiß und kann seiner Neugier halt dann doch nicht entgrinnen und muss unbedingt reingucken, obwohl Mary noch sagt, tu es nicht. Und jetzt ist so die Frage, die ja dann auch so die Fans umtreibt, so habe ich das in der Vorbereitung auf diesen Cast so ein bisschen gelesen, denn der Pippi fasst also diesen Palantir an und stellt dann zu sagen, er ruft bei Sauron an aus Versehen und wird von ihm ja dann auch, ja ist das früher bei der Inquisition peinlich befragt. Also er liest seine Gedanken oder schaltet sich in seinen Hirn ein, wie auch immer und jetzt ist er und quält ihn dann auch, um zu erfahren, was Sache ist und jetzt ist ja die Frage, hat jetzt Pippi dem Ganzen widerstanden, weil er wusste doch, dass Frodo den Ring hat und was sein Auftrag ist. Warum weiß Sauron das dann trotzdem immer noch nicht? Naja, im Buch ist es ein bisschen anders, im Buch nimmt Pippin den Palantir in der Hand und Sauron geht davon aus, dass Pippin der Hobbit mit dem Ring ist und er sieht, dass Pippin in den Palantir von Saruman reinschaut, also gibt er Pippin den Befehl, Saruman zu sagen, dass er den Ring nicht selber benutzen soll und dass ein Abgesandter kommt, um den Ring einzusammeln. Also dementsprechend beschäftigt er sich im Buch eigentlich nicht viel mit Pippin, was das angeht, sondern hat er die Angst, dass Saruman den Ring gegen ihn einsetzt. Was die ganze Sache durchaus etwas, ja, glaubwürdiger macht. Zum einen passt es zu so einem Charakter wie Saruman, der sich mit solchen kleinen Hobbits ja gar nicht abgibt, denn das ist ja eigentlich der Fehler, Saruman unterschätzt schlicht und ergreifend die Hobbits. Würde er das nicht tun, hätte er am Ende wahrscheinlich sogar triumphiert. Und das kommt leider auch in der Extended Version nicht wirklich raus. Und deswegen bin ich im Kino schon so drüber gestolpert, weil da hatte ich, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Bücher nicht kannte. Also ich habe den Hobbit halt als Kind, aber Herr der Ringe nicht. Hast du nicht gesagt, dass das WDR-Hörspiel gehört hast? Vom Hobbit. Vom Hobbit. Vom Hobbit nur? Ja, vom Hobbit nur. Nicht von Herr der Ringe? Nicht von Herr der Ringe, ganz genau, vom Hobbit. Okay. Und deswegen bin ich da im Kino auch drüber gestolpert. Und ich so, hä, ja, aber jetzt weiß er doch alles. Das erklärt es dann natürlich. Und das ist mir auch aufgefallen, als ich dann irgendwann mal das Hörbuch gelesen von Achim Höppner, genau heißt er, die Stimme von Gandalf, die deutsche Version. Die Englische hast du ja gesagt, die ist Andy Serkis, ne? Die muss ich mir auch mal reinziehen. Die neue Version. Früher war es jemand anders, aber Andy Serkis hat das in den letzten Jahren nochmal neu aufgenommen. Ich kann es weiterhin jedem empfehlen. Ja. Und da ist mir das dann auch aufgefallen. Und dann habe ich mir zum ersten Mal auch gedacht, ah, jetzt ergibt das auf einmal Sinn. Ja. Ja, gut, das sind gewisse Sachen. Also mir sind auch beim bewussten Schauen dieses Films so ein paar Logiklücken aufgefallen, die der Film immer mal wieder mit reinbringt. Und einen ganz, 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 ganz großen Schnitzer, der später noch dazukommt, den ich nochmal erzählen werde, den eventuell auch Rings of Power-Gucker direkt identifizieren werden, wo ich nicht weiß, warum der da drin geblieben ist in dem Film. Aber ja, es ist weiterhin mein liebster Heer-der-Ringe-Film. Ich finde ihn großartig, allein wegen den Schlachten, allein wegen den Emotionen, die da geteilt werden. Und der einfach dem Scale, der Reichweite, die das Ganze hat, der Grandiosität, die sie dieser Film einfach rüberbringt. Aber mittlerweile durchs Zehnte oder Zwölfte mal gucken, fallen einem dann manchmal doch die Schwächten des Films auf. Und das ist einer der Punkte, wo man sich jetzt dann drüber streiten kann. Auch viele von den Szenen, die Comedy-mäßig rüberkommen sollen, vor allen Dingen in Bezug auf Gimli, die so ein bisschen Marvel vorwegnehmen, möchte ich fast meinen, sind auch nicht mehr so gut gealtert. Ja, Gimli wird so ein bisschen zum Comic-Relief in dem Film, noch mehr als in den anderen vorher. Das allerdings war. Die Szene und die Interaktion mit dem Palantir hat aber natürlich dann zur Folge, dass jetzt Herr Pippin sozusagen unter besonderer Bewachung von Gandalf steht, der ihn jetzt eigentlich in Sicherheit bringen möchte. Ich habe das nie so ganz verstanden. Also er will einfach jetzt ihn in Sicherheit bringen und deswegen flieht er mit ihm beziehungsweise bringt ihn nach Minas Tirith. Oder warum macht er das eigentlich? Ebenfalls eine Logiklücke im Film. Ebenfalls so ein bisschen, wo man sich die Gedankensprünge im Film nicht so gut vorstellen kann. Im Buch ist es in der Tat so und dementsprechend gehen wir heute ganz viel auf den Vergleichen, noch mehr als bei den anderen Filmen auf Buch zu Film ein. Es ist so, er sagt das, Pippin sagt, erzählt den anderen, was Sauran von ihm wollte und kurze Zeit später fliegt einer der Nazgul über sie weg. Und das ist das Zeichen, dass nachdem die zuletzt von ihren Pferden gestürzt sind, ist es das erste Mal, dass einer der Nazgul im Westen gesehen wurde. Und das bringt Gandalf dazu, dass jetzt Not am Mann ist und ganz schnell nach Gondor muss, weil die Pläne des Feindes voranschreiten. Ah, okay. Siehst du, das macht dann nämlich durchaus Sinn. Ja. Und so packt er ihn. Vor allem, weil er ja auch dann Aragorn wegschickt auf eine für uns nicht ganz ersichtliche Version, die im Film gefühlt irgendwie nur dafür da ist, um Arwen wieder reinzuschreiben. Ja, das ist so ein bisschen, die Geschichte wird ja hier auch weiterhin aufgeblasen. Ich finde sie immer noch okay, aber Aragorn merkt, was man vor allen Dingen in diesem Film merkt, ist ein durchaus deutlich gebrochenerer Charakter als der Aragorn im Buch. Also die Sache, dass er diese dunklen Pfade da nehmen will, das ist auch nichts unbedingt, was Gandalf ihm im Buch vorschlägt, sondern er weiß schon selber, dass er in der Pflicht ist, das durchzuführen, bis auch nochmal Dunedain auftauchen und mit ihm Nachrichten überbringen, weswegen er dann aufbricht. Also diese ganze Geschichte, warum er jetzt die Geister rufen möchte, ist im Film von der Herleitung deutlich anders als in den Büchern, aber dann müsste man wieder neue Charaktere einführen und dann haben wir ja auch nochmal die Geschichte mit dem Schwert, was wieder geschmiedet wird, was er in den Büchern, was ich ja die letzten Male auch schon gesagt habe, schon seit dem ersten Besuch in Bruchtal wieder dabei hat und das für ihn auch das Zeichen des Königs ist, wird ihm ja hier von Elrond gebracht. In den Büchern hat er es die ganze Zeit schon und ist auch die ganze Zeit von seiner Mission überzeugt. Also er tritt durchaus königlicher im Buch auf, als es er hier der eher gezwungene Held ist in den Filmen. Ja, er ist absolut König wie der Willen, so kommt er einem vor, zumindest in dieser Phase noch. Genau. Es dient halt dann auch ein bisschen noch dazu, um wie ich gerade sagte, Arwen und Yulif Tyler und Hugo Weaving halt nochmal reinzubringen. Weil was ich halt auch nie verstanden habe, ist warum die Elben aus Bruchtal anfangen, Mittelerde zu verlassen, wo sie doch Elrond gerade auf die Mission geschickt hat und er weiß, was auf dem Spiel steht. Also wie so lässt er sein Volk dann Mittelerde verlassen in dem Moment. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber er bleibt dann da, guckt wie ein Trauerkloß, um sich dann, nachdem seine Tochter ihn dann doch ein bisschen belatschert hat, dann umzuentscheiden, das Schwert zu schmieden und dann Aragorn zu bringen. Ich meine, wenn ich falsch verstehe, das ist gut inszeniert und das macht auch Spaß, irgendwie so zu gucken. Aber man hat sich halt gedacht, ja, okay, erst helfen sie in Helmsklamm und dann verpissen sie sich. Ja, was denn jetzt? Na. Ja, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, in den Büchern sind die Elben ja auch weniger aktiv, als sie in den Filmen waren. In Helmsklamm sind sie in den Büchern gar nicht dabei. Und an dieser Stelle treten sie auch fast nicht mehr auf. Also in dem fortgeschrittenen Zeitpunkt des dritten Zeitalters schwinden die Elben schon sehr stark und haben immer weniger Einflussbereiche in Mittelerde überhaupt, sodass Galadriels Landschaft eigentlich der letzte Hort des Ganzen ist, während die meisten Elben schon westwärts mit den Schiffen über die Grauen an Furten westwärts gefahren sind. Und Arwen entscheidet sich ja dann an der Stelle auch sterblich zu werden. Das ist so eine Entscheidung. Da sagt man so als Elb, ja, ich bin jetzt sterblich und dann bummst, dann bist du das. So funktioniert das. Sie hat den Vorteil, dass sie aus dem Geschlecht von Elrond kommt. Und Elrond ist ja auch ein Halb-Elb. Und die Geschichte haben wir auch schon in den letzten Folgen erzählt, dass er einer derjenigen ist, die sich entscheiden können, ob sie das ewige Leben eines Elben führen wollen oder in das Geschlecht der Menschen übertreten möchten. Und sie hat die Wahl noch nicht getroffen bis zu dem Zeitpunkt auch in den Filmen und den Büchern. Nun gut, wir springen nach Minas Tirith. Gandalf kommt an. Das haben wir ja im ersten Teil schon mal kurz gesehen. Haben wir es im zweiten Teil auch kurz gesehen? Ich überlege gerade. Doch, ich glaube, in der Extended-Version haben wir kurz Faramir und Denethor schon mal kennengelernt. Doch, doch, die sind uns nicht neu. Hier lernen wir sie jetzt aber noch mal intensiver kennen. Und als ich mir jetzt in der Vorbereitung Minas Tirith noch mal angeguckt habe, habe ich mir nur so gedacht, also wenn du da wohnst, bist du fit, ne? Also, so viele Stufen, wie man da steigen muss. Jesus, Maria und Josef. Also, ei, ei, ei. Da bist du fit. Ja, ich schaue dir die Landschaft vor Minas Tirith an. Du musst ja auch ganz schön laufen oder reiten, bis du zum nächsten Ort kommst. Das ist auch so fies. Du siehst die Stadt halt schon 50 Kilometer weit und läufst halt auf sie zu und es passiert halt nix. Naja. In kleines Trivia, das Set von Minas Tirith wurde an derselben Stelle aufgebaut wie Helms Dieb, was das angeht. Und Teile von Helms Klamm wurden auch im Minas Tirith Set wiederverwendet. Ah ja, schau an. Das ist durchaus imposant gemacht, weil es auch, obwohl es wahrscheinlich alles nur Pappmachés trotzdem sehr steinig aussieht, also sehr massiv. Das kommt einem richtig massiv vor. Und ich mag auch Minas Tirith von dem Design her, diese weiße Stadt mit diesem Turm und diesem langgezogenen Park da ganz oben und so. Das ist schon beeindruckend. Ja, absolut. Ich meine, so wie man sich, es ist sowieso, bei den ganzen Sachen, die sich die Designer in diesen Filmen ausgedacht haben, die sind stark an die Bücher angelehnt. Und Minas Tirith ist einfach auch dieses beeindruckende Bauwerk im Gebirge drin mit seinen sieben Kreisen, was das angeht und wo auch viele, viele Leute unterwegs sind. Obwohl Minas Tirith nicht die eigentliche Hauptstadt von Gondor war, bevor Osgiliath gefallen ist. Da war nämlich Osgiliath die eigentliche Hauptstadt des Ganzen. Und jetzt trifft er also zum ersten Mal, glaube ich, auf Denethor einen Truchss. Ja, aber bevor sie nach Denethor kommen, müssen wir eigentlich nochmal über eine der beeindruckendsten Szenen in diesem Film reden, wie die Leuchtfeuer erscheinen über den Bergen. Das kommt doch noch, das macht doch der Pippe. Ach stimmt, habe ich jetzt auch wieder mit den Büchern verwechselt, weil die Leuchtfeuer sehen sie schon auf dem Weg in den Büchern. Und die sind nämlich schon angezündet. Ja, dann kommt der Gandalf also zum Truchss. Und ich weiß nicht, ob ich das im letzten Cast schon gesagt habe, ich meine nicht. Ich habe nämlich endlich mal dran gedacht, nachzuschlagen, was ist eigentlich ein Truchss? Und es ist in der Tat eine mittelalterliche Beamtenform oder der Titel eines mittelalterlichen Beamten. Er war nämlich am Hofstaat. der oberste Aufseher über die fürstliche Tafel. Ah, okay. Das kommt von dem althochdeutschen Truschazzo oder Truzazzo oder wie auch immer man das ausspricht, Vorgesetzter des Trosses. Kennt man ja, ein Tross, eine Ansammlung von Menschen, die zum Beispiel einer Armee hinterher oder einer Gruppe Soldaten hinterher. und er war eben der Anführer. Ein Truchses gehört wie ein Marschall, Schenk oder Kämmerer zu den höchsten Hofämtern, die es so am Hofe da eben gab. Also das ist jetzt kein Herr der Ringe erfundener Titel, sondern das gab es halt wirklich. Genau. Im Englischen ist es der Steward of Gondor. Also Steward, weil, das ist auch wieder so eine Wahl in der Übersetzung, aber es ist wahrscheinlich wirklich der Truchses, der da am nächsten kommt. Ja, ein Steward ist aber glaube ich eher ein Verwalter von Ländereien. Das würde mit Truchses ja, wenn man es jetzt so gelesen hat, nicht ganz so passen, wobei ich da jetzt kein Experte bin, aber so ein Verwalter von der Ländereien. Ich meine, das ist ja auch insofern ganz nett inszeniert, als dass er ja auf so einem kleinen Thron neben dem Thron sitzt. Ja, genau. Nachdem das Geschlecht der Könige verebbt ist, weil die Könige sich durch, Könige von Gondor sich durch viele Probleme selbst ins Jenseits geschickt haben am Ende, waren es dann die Truchsesse oder die Stuarts, die die, ja, die die Aufsicht über Gondor übernommen haben, bis der König wiederkehrt. Und hier haben wir auch eine viel längere Szene in der Special Edition, nämlich nachdem der Denetor sich weigert, Hilfe und Truppen zu schicken. Ich habe den ja im Kino ehrlich gesagt auch nie so ganz verstanden, also es war, ja, ich meine, der Noble spielte natürlich klasse, also einen unsympathischeren, ekligeren, ja, ich sage ja nur Stichwort Tomaten, zu denen wir gleich kommen, die sind ja schon legendär. das macht er natürlich schauspielerisch ganz fantastisch, ja, aber man denkt sich so, wie kann er die Gefahr nicht sehen und dann spielt sich in der Special Edition eine fast vierminütige längere Szene ab, in der nämlich der Gandalf erklärt, was es mit dem Fall und dem Verfall von Denetor eigentlich auf sich hat, was in der Kinoversion auch so fast gar nicht erklärt wird. Ah, okay, ja, hier ist es ja einfach so, dass er der Steward ist und schon auch vorher Probleme mit Gandalf hatte, also er hat nie Gandalf so als ebenbürtig angesehen, er hat sich auch immer mehr als der Verwalter des Königsreichs von Gondor gesehen und sich von Gandalf hat ihn eher erniedrigt in seinem Sinne, was das angeht und da Faramir immer auch sehr angetan von Gandalf war und Gandalf Faramir unter seine Fittiche genommen hat, erklärt das auch so ein bisschen, warum Denethor einerseits sauer auf Faramir ist, aber andererseits auch keinen Bock auf Gandalf hat, weil der sich einfach seinen Sohn mit einem starken Rivalen von ihm verbündet und das Wichtige ist eigentlich auch, dass er im Buch eine sehr, eine deutlich imposantere Persönlichkeit ist, als wie er im Film dargestellt wird. Er ist halt schon ein starker Führer, was das angeht, der, was hier auch ausgeschnitten wurde, es durchaus auch mit Sauron aufnehmen kann, denn es gibt noch einen zweiten Palantir, was erst später hier klar wird, den Denethor hat und durch den Denethor sehr viel an Wissen ansammelt, um die Truppen von Sauron, um das Geschehen rund in Mittelerde, was da passiert und auch seine eigenen Vorbereitungen entsprechend schon durchgeführt hat. Ich habe es mir halt immer so erklärt, dass er durch den Tod von Boromir halt irgendwie so gebrochen ist. Das war so das Einzige, wie ich mir das irgendwie erklären konnte, so wird es auch ein bisschen inszeniert. Der Fahrer mir ist halt auch nur Mulder 2.0. Verstanden habe ich es wirklich eigentlich nie so ganz, warum der so, ohne dass man eine Niederlage ja sieht und dass er so kampflos, also hätte man vorher halt gezeigt, wie seine Truppenhemmung, also praktisch das, was dann passiert, dass Minas Tirith ja fast in Schutt und Asche gelegt wird, dass er, wenn er dann so irgendwie reagiert hätte, weil er sieht, er hat keine Chance, okay, aber er ist ja von vornherein so völlig abweisend, er will es überhaupt nicht wahrhaben, macht nichts, um die Stadt irgendwie zu ver... Also ja, es war sehr, sehr, und er schickt ja dann später noch seinen Sohn auch noch in den Tod, der es ja nicht geschafft hat, in seiner Warte aus, ich glaube, war das Ostgilead zu halten. Ja, ja, aber es ist auch wieder so, also alles, was wir bis hierhin erfahren im Film, ist ein bisschen anders wieder im Buch aufgebaut, während Gandalf und Pippin weiter reiten nach Gondor, nach Minas Tirith, werden die Leuchtfeuer schon entfacht und wie wir später hier nicht im Film sehen, wurde auch schon eine Gesandschaft nach Theoden geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Also es ist nicht so, dass der Denethor im Buch nicht wüsste, was auf ihn zukommt. Dementsprechend ist die Verzweiflung für ihn am Ende deutlicher für den Charakter im Buch, weil man weiß, dass er auch von Sauron gewisse Dinge weiß, die kein anderer kennt und dementsprechend noch schneller die Hoffnung verloren hat an der Stelle. Da kann man dann eher verstehen, warum er ein deutlich gebrochener Charakter ist, als vielleicht der Rest. Ja, und das ist auch etwas, was in der Extended Edition nicht klar ist, denn dass der ein Palantir hat, höre ich gerade zum ersten Mal, das wird, glaube ich, im Film nicht gezeigt, wenn ich mich auch in der Extended Edition kein bisschen gezeigt und das erklärt es natürlich auch und natürlich macht es auch Sinn, dass er die Leuchtfeuer entzündet, wobei ich mich bei den Leuchtfeuern immer gefragt habe, was für ein bekackter Job ist das bitte, wochenlang, tagelang, für nix, jahrelang, jahrelang da oben rumzuhängen, ja, für nix und dann wird das Ding einmal angezündet, ja, das erinnerte mich so ein bisschen an die, äh, bei Battlestar Galactica, der, ähm, Vertreter der Menschen, der immer wieder zu diesem einen, äh, Treffen mit den Zulonen hinfährt und nie kommt einer, das haben sie ja bei Discovery dann auch, der dann auch, äh, kopiert, wo der eine auch 40 Jahre lang immer zu dem einen, ähm, Treffpunkt fährt und nie sind, taucht einer auf und dann plötzlich nach 40 Jahren taucht da mal jemand auf, ja. Ja, ähm, die Leuchtfeuer sind auch eher die Warnung, dass Minas Tirith schon belagert ist und dass Minas Tirith dringend Hilfe braucht, ähm, wie gesagt, im Buch ist es dann so, dass, ähm, nach Theoden noch eine Gesandtschaft geschickt wird, wo ein Bote einen roten Pfeil überbringt, um die Hilfe von, äh, von Theoden mitzubekommen, um die Rohirrim zu holen. Kannst du mal deine schlauen Karten bemühen, wie weit ist denn das weg, wie lang müssen die die denn da reiten ungefähr? Eine Woche, knapp. Eine Woche, okay. Ja, die sind eine Woche unterwegs mit den 6000, also natürlich müssen die eine Armee von 6000 Leuten darüber bringen, das ist auch wirklich im Film, in den Büchern so, aber dafür brauchen sie eine Woche, um da anzukommen, auf den besten Wegen. Hm, hm, im Film haben sie zwei Tage. Ja, ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Sequenz, wie diese Leuchtfeuer entzündet werden, inszenatorisch schon sehr schön ist und sehr gut gemacht und sehr erhebend so gemacht ist mit der Musik und dann diese Kamerarubschrauberflüge um die, um diese Bergspitzen rum und so und dann, dann sieht man so, wie die so angehen in der, in dem Hintergrund und so, das ist schon imposant gemacht, auf jeden Fall. Ja, das ist, und das ist auch wieder der Unterschied zu heutigen Filmen, wo sowas wahrscheinlich größtenteils aus dem Rechner kommen würde und damals haben die das noch gefilmt und dementsprechend wirkt dieser Film deutlich haptischer als vieles, was man an epischen Dingen heute präsentiert bekommt. Ich meine, alleine, wenn man sich mal die Zahlen vergleicht, der hatte ungefähr der dritte Teil 1500 Effekt-Shots. Heutzutage hat die Anfangsszene vom letzten Tor irgendwie 2500 Effekt-Shots. Früher war alles besser. Ja, aber man merkt es. Wir haben praktische Sets, die Sets werden vielleicht erweitert, es gibt digitale Set-Extensions und die Armeen werden erweitert, aber ansonsten ist einfach viel, was wir hier sehen, haptisches On-Location-Feeling, was wir da mitbekommen und das merkt man in jeder Ader des Films. Auf jeden Fall. Die Feuer werden also entzündet, Theoden kriegt das mit und hält dann auch, weil er ist ja nett, er wird uns ja als der nette König hier in diesem Film präsentiert, er hält ja dann gleich eine Heerschau, schickt Carl Urban, glaube ich, auch los, um noch ein paar andere Reiter der Mark einzusammeln. Man will sich dann in zwei Tagen wieder treffen, um dann nach Minas Tirith zu reiten. Das wird im Film schon so geschildert, als hätten die die Ruhe weg. Wenn man sich dann aber anschaut, wie nah Ost-Gilead, das ist übrigens Ost-Gilead, nicht Ost-Gilead, wie ich gerade gesehen habe, ohne T. Ja, Ost-Gilead, O-S-G. Ja, ja, ich dachte, wenn es Ost-Gilead gibt, gibt es vielleicht auch West-Gilead oder so, keine Ahnung, aber nein, es ist Ost-Gilead, dass man das ja mit den Reitern zumindest im Film relativ schnell erreichen kann, dann haben die der Theoden die Ruhe weg. Also er macht schon ein bisschen Druck, ne, aber ja, geht, ne. Ja, er ist ja auch erst nicht ganz davon überzeugt, dass Gondor geholfen werden soll, weil Gondor ja irgendwie denen nie geholfen wird. Da sind auch so Szenen, die im Film, wo ich mittlerweile sage, ich habe das Buch zu sehr im Kopf, das ist halt im Buch nicht so. Theoden, der hilft direkt, der will direkt helfen und die reiten alle direkt los und machen sich auf. Was ja auch total Sinn macht bei dieser Bedrohung, weißt du, es ist ja nicht Nachbarschaftsstreit, wo man sagt, ja, der hat mir nicht geholfen, da muss ich dem auch nicht helfen und wenn der hops geht, who cares, ja, sondern hier geht es ja um alles im wahrsten Sinn des Wortes, ja, deswegen hat ja die Allianz, dieses Bündnis im Prolog des allerersten Teils ja auch Sinn gemacht, dass alle freien Völker sich vereinigt haben gegen Sauron und das hier so getan wird, so als die Hälfte glaubt es nicht und die anderen verhalten sich dann auch irgendwie ein bisschen dämlich und gerade wenn man dann, wie du jetzt sagst, hört, dass es im Buch halt gar nicht so ist, weil es ja auch keinen Sinn macht, dann ist es im Nachhinein durchaus was, was ich verstehen kann, dass es dem Hardcore-Tolkinisten oder dem Kenner, sagen wir mal so, beim Filmgucken durchaus sauer aufgestoßen ist und dann sind wir natürlich wieder so ein bisschen bei dieser Diskrepanz zwischen dem, in dem Fall mir, Nichtwissenden, der sich halt etwas gewundert hat und dem Kenner der Vorlage, der sagt, ja nee, das macht hier jetzt aber so gar keinen Sinn, weil eigentlich ist das ja ganz anders. Ja, 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 aber ich hab's auch nur im Kopf, weil ich mich im letzten Jahr wieder extremer damit beschäftigt hab, so die letzten 18 Jahre davor hat es mich auch nicht so dermaßen gestört, weil man natürlich schneller durch die Filme durchkommt als durch die Bücher und noch mehr die Filme entsprechend im Hinterkopf hat als die Bücher, zumindest aus meiner Sicht, was das angeht. Was so ein bisschen komisch ist bei dem, wie sich viele irgendwie verhalten, ist, dass man immer so das Gefühl hat, als, also ich glaube, es spricht keiner direkt aus, aber man hat irgendwie manchmal so das Gefühl, als wir würden manche Charaktere oder Bewohner von Mittelerde gar nicht mehr an so übernatürliche Wesen wie Sauren so ungefähr glauben. Weißt du, was ich meine? Also den gab's ja wirklich und der ist ja eine historische Gestalt und da tun die so, aber vielleicht, vielleicht sind wir ja auch so, vielleicht haben wir in ein paar hundert Jahren glauben die Leute auch nicht mehr, dass es Hitler gab oder so irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht glauben ja heutzutage manche Leute noch nicht. Glauben heute schon mal. Ja, da war ja gar nichts, war ein guter Mann, hat Autobahn gemacht. Ja, genau. Ja. Ja, exakt. Aber wir, die Sache ist, hier finde ich es ganz interessant, dass wir diese Szenen übrigens noch mal alle vorher bekommen, was das angeht, weil viel von dem auch mit den Palantir und Pippin, das passiert, glaube ich, sogar auch im Buch in den zwei Türmen. Vor allen Dingen, wo wir gleich noch später drauf eingehen, ein großer Teil, irgendwie die Hälfte dieses Films aus Frodo und Sam's Sicht ist alles noch aus dem zweiten Buch entnommen. Dann lass uns kurz noch ein bisschen bei der Herschau bleiben, bevor wir dann mal kurz auf die Dreierbande umspringen. Der Aragorn, das war auch was, was im Film, da es wenig Vorbereitung hat, auch irgendwie so, ich sag mal, fast so ein bisschen Adlermäßig kam, auf einmal gibt es dann diese Geisterarmee. Also es gibt noch im Film noch diesen Zwischenschnitt, dass der Aragorn überfallen wird und dann findet ihn Arwen und dann pflegt sie ihn und dann kriegt er das Schwert und bla und pie und peng und puff und er braucht das Schwert, weil das ist ja dann sozusagen der Megafin, um den Geisterkönig zu überzeugen. Ich hab diesen Geisterkönig, aber irgendwie diese ganze Geisterarmee, die ist, man würde es im Spiel sagen, so völlig overpowered. Ja, so sind sie im Buch auch nicht. Also hier hat man sich auch wieder sehr viele Freiheiten genommen, was das angeht. Ich verstehe, warum man es gemacht hat, weil man am Ende keine mehrtägige Schlacht zeigen kann und das irgendwie alles zu einem Ende bringen muss. Im Buch kommen aber ehrlich gesagt diese Dinge wie der Fahrt der Toten auch erst in diesem Teil der Geschichte zum Tragen. Also man erfährt auch erst davon, als es wichtig dafür wird. Im Buch tauchen ein paar Dunedain, ein paar von alten den Waldläuferfreunden von Aragorn auf, bringen ein paar Nachrichten aus Bruchtal mit und Aragorn hat sich selber schon entschieden, weil die Situation einfach komplett verzweifelt ist und er weiß, dass sie auch eigentlich nicht eine große Chance haben, dass er zu extremen Maßnahmen greifen muss und eine dieser extremen Maßnahmen ist einfach diese Hoffnung, dass er eine Armee erweckt, die die als schwierig zu beherrschen gilt. Und das ist übrigens auch das, was ich eben meinte mit einem großen Fauxpas, den dieser Film macht, aus Tolkien-Sicht, wo gesagt wird, dass die Toten Isildur, dem letzten König von Gondor, ihre Treue geschworen haben und ihnen dann verraten haben und jetzt sagst du mir, was daran falsch ist. Wenn du bei Rings of Power ein bisschen aufgepasst hast. Ja, jetzt überlege ich gerade, mir war schon klar, dass das jetzt so eine Rings of Power Anspielung ist, aber da musste mich jetzt mal, weil der Isildur schon tot war zu dem Zeitpunkt, ne. Nein, Isildur ist technisch gesehen der zweite König von Gondor. Ach so, ja. Elendil ist der erste König von Gondor, Gondor ist ja noch gar nicht gegründet in Rings of Power und dann kommt Isildur mit seinem Bruder und dann gibt es ne ganz, ganz, ganz hunderte Jahre lange Reihe von Königen, bis die Reihe erlöscht ist und da ist irgendwer, Eanor ist glaube ich der letzte König von Gondor, aber als ich das, die letzten Male ist mir das nie aufgefallen beim Gucken, aber als ich das mit dem Buchwissen und dem Rings of Power Wissen, dem frischen Wissen gesehen hab, muss ich ganz stark die Zähne zusammenbeißen und mich fragen, what the fuck, wieso habt ihr diesen Satz drin gelassen, weil der macht in der Geschichte von Mittelerde absolut keinen Sinn. Ich fand auch diese ganze Höhlenszene rund um diesen Totenkönig und dem Pfad der Toten, das war wie so ein Einschub, der irgendwie nicht so dazu passte. In der Extended-Version ist er auch wesentlich länger, da geht das fast fünf, sechs Minuten, in der Kino-Version ist das gar nicht so lange, was es nicht besser macht, weil in der Kino-Version tapst er einfach da rein, da kommt der Hexenkönig, die fuchtelt ein bisschen rum, er hält das Schwert hoch und dann sagt er, ah ja, okay, alles klar. Das Dumme ist, in der Extended-Version hast du dieses, ah, diese fast schon groteske Flut aus den Totenschädeln, die da, also es wäre bei Indiana Jones schon grenzwertig gewesen und hier finde ich es irgendwie völlig unpassend, dass da dann, ja, es erinnert mich mehr an Indiana Jones, ohne Scheiß, es ist so eine Szene mit diesen Schädeln, die hätte ich irgendwie bei Indiana Jones erwartet, aber die passt für mich vom Style irgendwie gar nicht rein, ohne dass ich es jetzt so genau drauf zeigen könnte, was aber auch ist, dass diese offensichtlich vom Color Grading doch sehr nachbearbeitete Szene wahrscheinlich mehrheitlich echt nur in dem grünen Kasten gespielt hat, als es gedreht wurde und dann sticht es halt auch eben raus, weil diese ganze Umgebung extrem künstlich aussieht, vielleicht ist es das, was mich daran stört. Ja, ich meine in der, in vielen Szenen hier in diesem Film kommt immer mal wieder Peter Jacksons Horrorfilm Historie mit raus und das passt ja auch dazu, aber in den Büchern, um es vielleicht mal kurz zu erklären, wer ist die Armee der Toten, die waren einst Menschen, die haben Isildur, als Gondor gegründet wurde, die Lehnstreue geschworen, haben sich ja dann aber am Ende nicht am Krieg gegen Sauron beteiligt und Isildur hat die da entsprechend verflucht oder wie es in der Welt von Mittelerde öfters ist, hat ein Fluch da eine entsprechende Wirkung und Aragorn weiß darum und im Buch gehen die über den Dimhold durch das dunkle Tor in den Eingang, in diesen Durchgang, wo eigentlich kein Leben da durch darf, der nicht das Recht hat und nicht ein König von Gondor ist, in der Erdschaft von Isildur steht und es ist auch nicht wie im Film, dass sie dann in den Höhlen auf einen bestimmten Totenkönig treffen, mit ihm ein Duell haben und dann quasi einen Bund schmieden, nee, die gehen den ganzen, die gehen die ganze Höhle, die schlecht durchleuchtete Höhle, in Dunkelheit gehen die fast da durch und haben ab einem gewissen Punkt das Gefühl, dass sie verfolgt werden und bis sie am anderen Ende der Höhle sind, trauen sie sich nicht zurückzublicken, weil denen einfach die Armee der Toten folgt und dann am Stein von ich glaube Erich Luin oder wie der heißt fordert Aragorn sie dann im Buch auf ihren Schwur zu leisten und den tun sie auch indem sie die Flotte der Korsaren von Umbar so zu Tode erschrecken, dass die Armee leichter zu besiegen war und dass sich viele Leute aus den Schiffen ins Meer in den Tod geschmissen haben also die Toten kämpfen in dem Fall nicht und können auch niemanden ermorden sondern sie sind wirklich klassische Geister die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen und dadurch helfen sie Aragorn die Flotte von Umbar einzunehmen inklusive wo Aragorn noch die Hilfe der Menschen hat die da in der Ecke wohnen ich hab das macht halt auch auch das macht dann so wieder ein bisschen mehr Sinn denn ich fand gerade in der in der Extended Version oder ich sag mal so das ist in der Kino Version etwas besser in der Kino Version hat man diese Episode mit dem Totenkönig schon fast ein bisschen wieder vergessen so nach zwei Stunden und wenn dann die Schlacht gerade so am Toben ist kommen die natürlich so als Retter aus dem Nichts in der Special Edition wird es allerdings dann etwas anders gemacht denn diese Piraten von Umba die du gerade angesprochen hast die sehen wir da nämlich schon und auch welche Macht diese Geisterarmee hat Fun Fact Peter Jackson spielt da einen der Piraten der von Legolas aus Versehen getötet wird weil Gimli ihn da kurz anstupst aber man sieht halt praktisch die die Schlacht beziehungsweise die die Macht halt dieser Armee schon schon vorher sodass der Überraschungseffekt halt weg ist so fand ich jetzt komisch dass in die also ja die haben sich dafür Mühe gegeben diese Piratenschiffe zu bauen und die Sets da aufzubauen okay es wäre halt alles für die Katz gewesen aber ja dramaturgisch macht die Filmversion da mehr Sinn absolut weil da ist halt der Überraschungseffekt da hier ist halt kein Überraschungseffekt mehr da man weiß dann schon ah ok krass ist halt ein kleiner Fun Fact hier am Rande man hat hier als Piraten untergebracht den Veta-Chef Richard Taylor man hat ein paar Kameraleute den Produzenten und auch den Chef-Make-up Menschen alle hat man da so hier als Piraten da unterbringt damit jeder mal ein kleines Cameo hatte inklusive wie gesagt gerade eben schon erwähnt Peter Jackson genau im Buch haben wir auch nochmal wieder ein bisschen andere Reihenfolge was andere Geschehnisse hier im Film angeht bevor nämlich Aragorn mit seiner Gefolgschaft die ihm gerne folgt und wo er auch nicht alleine daher wollte hat er nämlich schon vorher den Palantir benutzt um Sauron herauszufordern und das treibt ihn dann erst recht an den Pfad der Toten zu beschreiten also die Szene wo wir im Film sehen wie er den Palantir benutzt das passiert schon viel viel früher in den Büchern Ja lass uns jetzt doch mal noch eben kurz schnell nach aus Gilead hüpfen zumindest dass wir Faramir wiedersehen der wird nämlich nachts denn die Orks greifen jetzt also an also die Truppen von sauren rücken aus nicht ohne vorher auch noch mal relativ knapp am Ring vorbeizulatschen das haben sie im zweiten Teil glaube ich schon gemacht wenn ich mich recht entsinne da sind sie schon ne ist es glaube ich jetzt zum ersten mal ich glaube hier genau sie wollen ja durch das Tor auch mal wieder irgendein Tor latschen und sehen dann wie die Armee rauskommt und müssen sich dann verstecken und die die Nazgut fliegen dann über Frodo und Co drüber aber wir sind jetzt erst noch in Osgiliath also die Armee kommt an Faramir wird geschlagen kommt zurück zu seinem Vater meldet dass Osgiliath gefallen ist dann weigert er sich ja immer noch die wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen die Feuer anzuzünden weshalb Pippin das dann machen muss und er schickt dann seinen Sohn sozusagen auf die Selbstmordmission weil er ihm befiehlt sei deines Bruders würdig und stirb wenigstens wie ein anständiger Kerl und hum in die Stadt wieder und er reitet dann so auf so eine Suicide Mission mit den verletzten verbliebenen Reitern irgendwie das ist natürlich auch eine beeindruckende Szene die sieht toll aus wie sie da so gegen diese ja in die Hoffnungslosigkeit reiten und Gandalf hilft ihnen dann wenigstens so ein bisschen und dann haben wir aber halt die angesprochene Parallelmontage mit der Tomate und dem singenden Pippin die Tomate finde ich super den singenden Pippin auf Deutsch hätte es für mich leider nicht gebraucht ach bin ich mir gerade nicht mehr sicher haben die haben die es auf Deutsch übersetzt war das ja also ich meine es steht ja in der Tradition von vielen Tolkien Songs was das angeht aber warum die es jetzt im Film gemacht haben ist zumindestens besagt das Trivia war das Billy Boyd nur das bekommen hat weil einer der Co-Autoren dafür ihn bei einer K.O. Nacht mitbekommen hat und fasziniert war wie gut denn seine Stimme war und hat ihn dann da engagiert diese in dieser Szene aufzutreten wo er es dann extra für ihn geschrieben hat was auch ich weiß gar nicht ob das im Kino so rauskam wenn man sich es aber dann diese Szene in HDR 4K und alles anschaut wie verdammt gut diese Org Make-up Masken sind die halten einfach jeden Nahaufnahmestand es ist wirklich also da siehst du da siehst du nichts irgendwie wo der Übergang zu den Prothesen ist und gar nichts also sensationell und davon haben die ja hunderte gemacht ja ich hatte aber das Gefühl und das war mir bei diesem Durchschauen auch mal aufgefallen ohne dass ich es kontrolliert habe dass einige der Orks die wir hier gesehen haben die gleichen Orks aus ein paar auf den Filmen davor waren also die gleichen Darsteller manche kamen einem schon stark bekannt vor was das angeht ob es bewusst war oder nicht kann ich jetzt nicht sagen aber einige habe ich meiner Meinung nach wieder erkannt so dass man das Recycling dann doch ein bisschen mitbekommen hat okay so genau habe ich nicht hingeguckt wir haben aber auch hier wieder ein wie heißt der Gottmog glaube ich den Anführer genau Goffmog heißt der der Anführer der Orks ein sehr degenerierter Vertreter seiner seiner Zunft ja also diese diese Parallelmontage des Fressenden anders kann man es ja nicht sagen Denetor wobei ich mir da immer so denke so vielleicht würde hier was halt Schnitt ausmacht weißt du ich glaube jeder der isst wenn er so gefilmt wird und so geschnitten wird würde genauso rüberkommen ich glaube du musst einfach nur jemand beim Essen filmen ja wobei die Tomate die habe ich ja gerade eben schon gesagt ist halt schon ein Meme also Denetor und die Tomaten die ja so die auch so extra rot sind ich meine keine Tomate läuft da so rot das Wasser raus das Wasser ist halt auch bei einer Tomate vor allem wenn sie aus Holland kommt halt jetzt nicht unbedingt rot nochmal Funfact zu dem Gothmog der wurde eigentlich nur ein einziges Mal überhaupt im im Buch erwähnt und der teilt den Namen mit einem äh äh mit dem Anführer der Balrogs in äh der Balrogarmee von Morgos im Silmarillion Ah ja okay bevor wir jetzt dann über die ja ich sag mal den Großteil des Films sprechen nämlich die Schlacht rund um Minas Tirith können wir jetzt ja vielleicht mal auf unsere äh auf unser Triumvirat aus Sam, Gollum und Frodo springen Gerne nämlich ja gar nicht so gut du hast vorhin schon gesagt auch Frodo ist sichtlich vom Ring gezeichnet also er wird schwächer aber ist er auch sichtlich gezeichnet ist mir da was entgangen ja also ja doch er hat diese Striemen um den Hals wie wenn der der Ring richtig schwer wäre ich erinnere mich ja genau genau im Buch zehrt der Ring halt immer klarer an ihm auf der ganzen Reise nimmt er weiter ab und beschäftigt sich sehr mit sich selber ist sehr zurückgezogen was das angeht und das mag vielleicht hier dran liegen dass man im Film natürlich nicht direkt einen abgemagerten Elijah Wood hat der dann einen auf wie heißt er Batman Darsteller macht und sich dafür 50 Christian Bale sich dafür 50 Kilo runterfuttert also im Buch leidet Frodo schon ganz 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 stark unter dem Ring ich hatte vorhin gesagt Andy Circus hätte einen Oscar verdient gehabt für diesen Film unter anderem auch wegen diesem sensationellen Zwiegespräch zwischen ihm Gollum und seinem Spiegelbild Meergoll toll inszeniert toll gespielt und der ganze Verrat ist für mich eine der Sachen die durchaus gut funktionieren auch wenn vielleicht durch den Ring geschwächt ich Frodo immer noch für ein bisschen doof halte dass er wirklich ernsthaft glaubt dass Sam ihm hintergeht ja das ist auch was das hat mich schon jedes Mal in diesem Film gestört auch wenn ich die Bücher nie ganz im Kopf hatte das passiert einfach im Buch nicht im Buch sind Frodo und Sam sich sehr treu gegenüber weiterhin die ganze Zeit sie reden vielleicht mal zwischendurch über Gollum und auch in einer ähnlichen Szene im Buch wo Sam aufwacht und ihn dabei beobachtet und ihm dann vorwirft den Tod von dem zu planen oder böse Pläne zu haben gibt Frodo Gollum die Gelegenheit das Trio zu verlassen also dass er sagt okay wenn es denn so ist dann geh bitte deiner Wege oder du führst uns jetzt weiter was das angeht und im Film ich kann es verstehen warum wird das schon als starkes Drama aufgepusht meiner Meinung nach hätten sie gerne noch ein paar Szenen eher in Mordor haben können was wir ja wirklich nur in der letzten Stunde des Films so ungefähr sehen anstatt den Weg auch die die Morgul Treppe da unnötig aufzublasen ja ich fand auch dieses Kankra Ding ja Shylock heißt sie glaube ich im Original die die Spinne die kommt ja dann hier nochmal wir hatten sie im ersten Teil ja im zweiten Teil ja schon gesehen hier hat sie Shylock heißt sie genau hier hat sie ja sozusagen ihren kleinen Rachefeldzug dann noch gleich eine Sache ist mir jetzt aber beim beim zweiten Mal gucken so ein bisschen aufgefallen kann es sein dass dadurch dass ähm Frodo ja Gollum auf den Ring schwören lässt dass er alles machen wird was der Ringträger tut das sozusagen als Smeagol oder Gollum diesen diesen Schwur ja auch leistet dass er damit sozusagen ein bisschen sein Schicksal besiegelt hat denn am Ende ich greife jetzt mal vor das Ende von Herr der Ring ist ja ähnlich wie Indiana Jones der eigentliche Held kann für den Ausgang ja gar nichts das wäre auch so passiert und ich frage mich immer so ein bisschen warum und als ich es jetzt nochmal durchgeskippt habe ist mir dieser dieser Schwur aufgefallen wo ich mir so dachte so okay also er lässt ihn auf den Ring schwören da hat er doch vielleicht auch der Ring seine Finger im Spiel naja es gibt ja auch die Szene im zweiten Film wo er auf den Ring schwören lässt und Frodo sagt das habe ich auch nie ganz verstanden die Logik die dahinter ist ich schwöre nicht auf den Ring weil der Ring ist verräterisch schwöre beim Ring oder so ja oder semantischer Unterschied was ist ja irgendwie genau und gehöre und höre auf den der den Ring trägt irgendwie so ist die Formulierung ja 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 genau weil dieses wie du gesagt hast der Ring ist verräterisch und möchte am liebsten nur zu Sauran zurück und das das sieht man dann hier in dem Fall von Gollum und Frodo am besten ja also dann sind wir uns an der Stelle zumindest schon mal einig dass das irgendwie so ein paar inszenatorische Story-Schwächen sind also die Freundschaft von Sam und Frodo dass die einfach nur durch ein paar angebliche aufgefutterte Lembersbrot-Geschichten ja das war mir die ganze Zeit das war so dieses Drama um des Dramas Film weißt du wie beim Traumschiff wo es auch immer so zwei Minuten kurz mal dramatisch wird oh ist das Kind vielleicht doch über Bord getrunken und ertrunken nein natürlich nicht es hat sich nur im Bällebad versteckt so auf dem Level und dann war ich das weiß ich noch im Kino damals auch so ein bisschen so ach come on der Frodo das macht er nicht da hätte er sich irgendwie ein bisschen was ja das kann ich mir nur weg erklären dass der Frodo durch den Ring einfach schon ein bisschen geschwächt und benebelt war ja es wird dir ja auch hervorgehoben was das angeht also von daher ja also viel viel spannender finde ich eigentlich eher wo die in welcher Location die sind und wo die da hochkrabbeln wo krabbeln wo krabbeln sie denn hoch anor ist später dann in Minas Tirith umgenannt worden das sind so die Schwestertürme was das angeht und in dem Minas Morgul nachdem das dann von Sauron übernommen wurde und von Morgul Fürsten auch wurde das dann entsprechend umbenannt und hier soll auch einer der Palantiri auch bewahrt worden sein was das angeht also schon eine ganz interessante Geschichte weil das kein Ding ist was Sauron aufgebaut hat das wurde von den Dunedain Fürsten erbaut also es wurde von Isillu erbaut also er hat es dann erobert sozusagen genau genau es war ja eine ganze Zeit lang dass sie quasi Sauron aus Mordor vertrieben haben und dementsprechend eine Wache aufgebaut haben und das ist eine der Wachen die dann aufgebaut worden sind um Mordor immer im Blick zu haben und das ist die Stadt die jetzt von dem Fürsten der Morgul bewohnt wurde also dem dem König der der Reiter der übrigens im Original von wem gesprochen wird du wirst es uns jetzt mitteilen von Andy Sorkis aber ist dann die Stadt nicht in die falsche Richtung befestigt und ausgerichtet ja es ist an den Bergen von 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 Mordor befestigt also es ist ja ein Turm der auch sehr hoch geht also von von daher bin ich mir nicht ganz sicher im Prinzip hast du da recht aber ich glaube es ist so ein bisschen eine Bewachung des Ganzen um auch diesen Pfad zu bewachen das ist aber eine andere Stadt als die oder ein anderer Turm als den den wir im Hobbit sehen wo hier Lily aus Lost und Legolas den kurzen Abstecher machen ja 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 der der war im Düsterwald der Turm ich meine das Highlight dieser Reise ist für mich also neben jetzt meinen die Circus und seiner Gollum Verkörperung die Kangra Geschichte fand ich super nervig irgendwie ach nur noch so ein Obstacle im Weg ich fand einfach dass den Leidensdruck und den Willen den Sam entwickelt das ist was was für mich so das rettet für mich einen großen Teil des nicht ganz so starken Endes irgendwann also die Schlacht ist toll können wir gleich noch drüber sprechen aber dieser der langweiligste Teil den fand ich immer so also der der mich am wenigsten gecatcht hat war so diese Reise weil Frodo wird immer nur brabbeliger und macht halt nichts mehr und eigentlich ist ja Sam der Held des Tages er muss ihn ja antreiben und er trägt ihn ja dann am Ende auch und da muss ich ja ehrlich sagen also Sean Austin da ziehe ich auch meinen Hut der zweite der Oscar verdient hätte wäre ehrlich gesagt er sind wir ehrlich Elijah Wood hat halt auch nur zwei Gesichtsausdrücke da ist Sean Austin einfach schlicht und ergreifend der Dolch durchaus ich will jetzt nicht sagen facettenreichere Schauspieler aber sein Struggle ist real ja und er ist ein Ringträger was hier auch nicht so klar wird im Buch setzt er auch den Ring auf ach wir haben die ganze Szene wo sie den Pfad hochsteigen und dieses ganze Drama gibt es im Buch nicht und dann werden sie in den Höhlen da überrascht von von Kankra von Shilop und während Sam mit Gollum glaube ich kämpft wird Frodo überfallen und wird eingebunden in das ganze in das Netz von von Kankra und dann denkt Sam dass Frodo gestorben ist was übrigens auch Funfact eine Fähigkeit von Elijah Wood ist ganz lange nicht zu blinken was ihm in diesen Szenen sehr geholfen hat und dann er nimmt er den Ring an sich und das ist übrigens das Ende des zweiten Buchs also diese Szenen sind das Ende des zweiten Buchs was wir ja alles sehen bevor sie in Mordor reingehen und am Ende des zweiten Buchs ist es halt ein Cliffhanger dass Sam erfährt okay Frodo ist nicht gestorben ich muss ihn jetzt irgendwie retten er nimmt den Ring an sich setzt den Ring auch auf und merkt auch die Effekte des Rings an sich und schleicht dann quasi durch die Tunnel hinterher auch durch die Dunkelheit um den Weg in die in die zur Burg da zu finden aber hätte dann in dem Moment nicht spätestens jetzt Sauron müssen wissen was Phase ist und wie nah der Ring ist ich könnte mir es dadurch erklären dass Sam den Ring ja noch nicht getragen hat und dass er noch nicht viel Macht über ihn ausüben konnte und dementsprechend konnte Sauron das auch nicht merken was da abgeht aber schon ein bisschen konstruiert also dass er es nicht merkt ja in den Filmen ist es ja wirklich so dass der Ring ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch gar nicht mehr aufgesetzt wird weil Sauron sofort merkt wer den Ring auf hat so stark ist die Verbindung soweit ich weiß in den Büchern nicht bis es bis die bei Mount Doom sind und da der Ring aufgesetzt wird ich meine immerhin machen bei dieser Episode dann die Geschenke von Galadriel mal ein bisschen Sinn wo man ja im ersten Moment denkt so was soll ich mit der Taschenlampe ja aber jetzt weiß man warum ja das ist wie war das das Licht Elendils genau unseres geliebten Sterns sinnloses Wissen was sich der Nerd wieder Ehren Deals ja siehste Ehren sinnloses Wissen was der Nerd sich wieder und Bilbos Mithril Hemd das ihn nämlich davor bewahrt davon gestochen zu werden und daher das ist aber auch dann der Nachteil weil diese dann genutzt werden um seine Freunde in die Irre zu führen vor dem schwarzen Tor aber da kommen wir später stimmt die werden ja eingesammelt da ist natürlich dann die Bürokratie bei Mordor dann doch gar nicht so hoch weil das hat sich dann doch sehr schnell rumgesprochen dass es da etwas gibt womit man später vor dem dunklen Tor den armen Aragorn noch ganz schön erschrecken kann dazu aber dann später mehr bleiben wir kurz noch bei den drei bevor wir dann zur Schlacht zu Minas Tiere zurückschalten sie können also der Spinne entkommen beziehungsweise Sam befreit den armen Frodo dann und dann mischt man sich ja dann kommt erstmal so eine Streitszene zwischen den Orks und den Urukai die nämlich auch noch irgendwie da sind und dann merkt man irgendwie so die sind sich gar nicht so grün diese zwei Ork-Arten ähm ja ich glaube im Buch waren es auch nicht die Urukai die da in der Ecke waren sind eher die Mordor Orks und andere Orks die da sich gestritten haben also Orks sind nicht Orks Orks sind nicht Orks Orks gibt es auch viele verschiedene Stämmen und viele verschiedene Rassen und eigentlich nur die Bosheit und nur die Bosheit von Sauron hat die überhaupt alle zusammengeführt bevor Sauron wieder aufgetaucht ist waren die Orks eigentlich eine sehr zerstreute Rasse was das angeht ah ja okay dann verlassen wir ehrlich gesagt jetzt mal diesen Schauplatz wieder bevor wir dann am Ende zu Mount Doom kommen das ist eine Entstehung wir ja erst vor einem halben Jahr kennengelernt und gesehen haben wirst du mal eigentlich mal vergleichen ob die eigentlich gleich aussehen ähm ich glaube nicht weiß ich nicht habe ich jetzt nicht drauf geachtet lass uns mal kurz über die Schlacht reden ich glaube man muss nicht so lange über die Schlacht reden oder möchtest du vielleicht noch lange über die Schlacht reden ich meine das ist schon das war schon atemberaubend im Kino das muss man schon sagen das hat auch seine Momente ähm das sieht auch wirklich toll aus ich sag mal okay der der am Elefanten oder wie heißen die Olifanten oder wie die Dinge heißen äh langs am auf dem Rüssel langs leidende Legolas okay ja man muss doch in jedem Film eine Legolas Godmode Szene haben im ersten Film war es der der Troll den er niedergebracht hat im zweiten Film war es das Surfen ja im äh bei der Schlacht um Helms Klamm und hier ist es einfach dass er den Olifanten zu Fall bringt wo ich auch im Deutschen weiterhin an Otto denken muss wenn ich das höre absolut mir geht es genauso und dann hat man sich im Hobbit gedacht ach komm und dann lassen wir ihn doch noch Super Mario mäßig im Fallen Steine erklimmen ja also die die Schlacht war damals sensationell ich meine man hat Schlachten schon in vielen Filmen gehabt aber in diesem Ausmaß Computer generiert war Herr der Ringe der erste Film der es wirklich in diesem Ausmaß hinbekommen hat und es hat einen echt von den Socken gehauen als man das 2003 im Kino gesehen hat auch ein paar Sachen in diesen ganzen Szenen ich erinnere mich wie heute daran wie das erste Mal die Nazgul in diesem Film aufgetreten sind gar nicht mal in den ersten zweien aber in diesem Film war das damals in dem Kino wo ich war war dieser hochgezogene dieses Kreischen von den Nazgul so krass dass einem das wirklich in Mark und Bein eingegangen ist in diesem Kino sahen und ich mich heute noch physisch daran erinnere wie die Nazgul auf mich eingewirkt haben während des Überfalls auf Minas Tirit wir müssen trotzdem noch mal einen Schritt zurück gehen ich habe nämlich eine Szene vergessen die ja durchaus auch wichtig ist wir haben vorhin von der Selbstmordmission vom Pfarrer mir gesprochen und surprise surprise es war auch eine Selbstmordmission allerdings hat er jetzt dann durchaus ein intelligentes Pferd das ihn dann nochmal halbtot nach Hause geschleift hat auch durch das Eingreifen von Gandalf der in dieser Szene dann einmal kurz ein bisschen zaubert wobei auf der anderen Seite hätte er einfach einen Spiegel in die Sonne halten können um die Nazgul zu blenden aber okay sei es drum und dann haben wir ja verwechselst du was wieso das verwechselst du leicht also Faramir kommt angeritten am Anfang an Minas Tirith und wird da von Gandalf gerettet da vertreibt er die Nazgul stimmt richtig genau als er halt tot ist sind die ist die Ork Armee schon vor den Toren von Minas Tirith ganz genau das war vorher auch kleiner Funfact im Film ist ja so Pippin bei Gandalf auf dem Pferd immer dabei in den Büchern ist Pippin eigentlich die ganze Zeit in Minas Tirith beschäftigt mit kleinen Aufgaben weil er sich mit ein paar Leuten da befreundet hat denen er helfen soll und er sieht das Ganze nur von Ferne wie das passiert aber das mit dem mit dem leuchtenden Stab ist fast eins zu eins aus dem Buch übernommen ja hier ist ja der Pippin sozusagen unser stiller Beobachter am Rockzipfel von Denethor dem er ja nicht von selbigen weicht und er wird ja dann auch zum Ritter von Gondor und keine Ahnung was es passte halt zu dem Verrückten jetzt kommt also der Fahrer mir halbtot da wieder zurück er ist für sein das habe ich halt auch nicht verstanden so ich muss einfach den Denethor einfach als schlicht und ergreifend als geistig umnachtet abhaken so muss ich es lesen anders kann ich es ja nicht lesen weil er denkt sein Sohn ist jetzt tot sein zweiter Sohn ist auch tot das Leben hat keinen Sinn mehr die Schlacht läuft auch überhaupt nicht gut zu seinen Gunsten also die 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 Org-Armee steht schon vor den Toren beschießt die Stadt schon und dann fängt er an einen Scheiterhaufen aufziehen zu lassen um dann sich zusammen mit seinem Sohn zu verbrennen wobei dann eben Pippin merkt das Fahrer mir noch gar nicht tot ist und am Ende verbrennt er nur den Tor in einer zugegebenermaßen sehr beeindruckenden Szene wie diese brennende Gestalt über diesen langen Parksockel oder Park dann da läuft und am Ende diese Schlucht diese Klippe darunter fällt das sieht schon sehr beeindruckend aus worauf ich aber hinaus will ist dieser Baum der dann anfängt zu blühen was dem Denetor irgendwie entgangen ist und Zuschauer aber gezeigt wird dieser Baum was hat es denn mit dem auf sich ja das ist der weiße Baum von von Gondor der ursprünglich auch aus ach jetzt komme jetzt komme ich gerade nicht nicht drauf wie heißen die denn Numenor genau das ist das Schöne man muss einfach nur Numenor sagen die Chance dass es passt ist bei 50% also der weiße Baum ist ein Abkömmling des Baums nimm Leute von Numenor und das ist so ein bisschen das Zeichen dass dem Königreich gut geht es ist auch anders hier weil der Baum er blüht nicht der ist tot aber nach dem Ende des Ringkriegs sind dann Aragorn und Gandalf an einem Berg unterwegs wo die dann Schößlingen des weißen Baumes wiederfinden und den dann pflanzen können ich meine klar muss man alles nicht im Film zeigen das ist jetzt symbolisch hier das heißt im Film heißt das es ist wieder Hoffnung da für die Abfolge die Nachfolge der Könige was das angeht aber das bekommt Denethor gar nicht mehr mit also auch dieses runterstürzen ist als dramatischer Effekt und Kamerafahrt im Film gar nicht mal schlecht ich bin ganz froh dass sie zu der Zeit noch keine Drohnenshots hatten weil dann wären die wahrscheinlich überbenutzt worden in diesem Film hier hat man noch die Restriktionen der klassischen Kamerafahrt die das noch ein bisschen zurückhalten aber im Buch ist es auch so Denethor ist verzweifelt der hat durch den Palantir gesehen dass es keine Chance gibt er hat seinen Sohn in den Tod geschickt den er immer als Zauberlehrling bezeichnet hat und seine Linie erlischt damit er nimmt ihn mit ins Haus der Toten wo er ja den Scheiterhaufen für sich aufbahrt und am Ende wird er auch hier im Buch von Pepin und Gandalf aufgehalten verbrennt sich aber im Haus der Toten die dann am Ende auch einstürzen in den Häusern der Toten völlig sinnlos denn gerade als das passiert beginnt sich auch so ein bisschen das Schlachtenglück zu wenden wobei vorher gibt es noch einen interessanten Kampf oder ein interessantes Aufeinandertreffen nämlich Gandalf trifft auf den Hexenkönig und dabei büßt er seinen Stab ein die Szene fand ich unglaublich cool als sie damals für die Extended Version rausgekommen ist weil das ist auch eine Extended Szene die gibt es in der Kinofassung nicht was es angeht sie macht aber eigentlich keinen Sinn sie kommt im Buch nicht so vor also der die treffen glaube ich nie wirklich aufeinander oder wenigstens ganz kurz der Stab von Gandalf wird glaube ich nie zerstört was das angeht sie ist filmtechnisch sehr cool gelöst und ich finde sie immer noch toll aber sie macht im Zusammenhang der Geschichte keinen Sinn vor allen Dingen weil der König der Nazgul ihn ja dann eigentlich schon besiegt hätte und nur noch mal kurz zubeißen muss und dann wendet er sich ab um seiner Armee zu helfen ja eben das ist so als wüsste er nicht wen er da vor sich hat braucht denn der Gandalf den Stab so dringend oder ist der eigentlich mehr so ein Symbol oder ist das wirklich so ein Zauberstab wobei bei Harry Potter kann man auch zaubern ohne Zauberstab habe ich jetzt bei Hogwarts Legacy gelernt ja also es sind schon ich glaube in dieser Form braucht er schon seinen Zauberstab in der in dieser Zauberer menschlichen Zaubererform weil was das äh was das angeht da ist es auch so dass im Buch ebenfalls ja Sarumans Stab zerstört wird und dementsprechend seine Macht mehr oder weniger erlischt das hatten wir ja schon auch im Film vorher gesehen in der Extended Version die er braucht wahrscheinlich denke ich mal seinen Stab würde ich es mir mal so erklären um seine Zauberkraft zu fokussieren ähnlich wie es bei Harry Potter ist ja irgendwie so so in der Art ja warum wendet sich der Hexenkönig ab denn äh es ist ein Umstand eingetreten der das Schlacht und Glück dann nämlich wendet und das ist für mich das ist für mich das Highlight der Schlacht und das funktioniert auch immer wieder nämlich der Angriff der Reiter von Rohan ja zum einen funktioniert für mich der Pep Talk von Theoden ja funktioniert immer wieder aufs Neue und als die dann dann losreiten und dann diese Kamera fahrt und du siehst diese diese Masse an an Reitern wurscht dass die Hälfte aus dem Rechner kommt ist völlig egal und du guckst in diese diese entsetzten Ork Gesichter nachdem du ja vorher anderthalb Stunden lang ne nicht ganz ne dreiviertel Stunde lang dir deren Dominanz und deren Übermächtigkeit angeguckt hast das hat schon ein bisschen was befriedigendes das ist schon sehr 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 clever inszeniert genau also wir kriegen ja nicht nicht viel mit von dem von der dem Ritt der Rohir Rohir schweres Wort auszusprechen im Buch müssen die sich nochmal auf den Weg machen sind eine ganz Weile unterwegs und treffen auch nochmal auf Menschen die sich dem Kriegsgeschehen aber nicht die sich nicht daran beteiligen wollen die eher so nicht unbedingt Sympathisanten von Sauron sind sondern einfach ins Weltgeschehen nicht eingreifen möchten weil dann passiert ihnen ja eh auch nichts weil das so große Mächte sind die da unterwegs sind aber ansonsten ab dem Zeitpunkt wo die Rohir da auftauchen ist vieles ähnlich wie im Buch gelöst und es löst bei mir auch immer wieder Gänsehaut aus gerade diese Reden die am Anfang da erteilt werden ich meine man muss sagen die Schlacht ist im Rückblick etwas repetitiv weil immer irgendwer eine kurze Rede hält und dann reiten sie alle aufeinander zu und dann quäscheln sie da auch alle aufeinander und dann erst die Reitern dann rennen die Orks nieder dann rennen die Olifanten die Reitern nieder und dann rennen die Geister alle anderen nieder und jedes Mal wird eine kurze Rede gehalten in der Art und Weise aber es es macht einfach wieder es macht immer wieder Spaß dem zuzuschauen es ist toll inszeniert sieht richtig gut aus man merkt dass da auch noch wirklich hunderte von echten Pferden da waren dass also nicht da alles nur aus dem Rechner kommt das fühlt sich wirklich so an klar wenn die wenn die Pferde dann stolpern das merkt man das schon inzwischen heutzutage so ein bisschen aber es fühlt sich einfach richtig gut an ich denke mir halt so beim beim xten gucken kommst du ja auf dumme Ideen denke ich mir so boah in der Zeit wo der LTO den den Pep Talk hält sind halt auch wieder hundert Soldaten von Gondorops gegangen ne die haben ein bisschen beeilen können aber gut okay ansonsten ist das wirklich eine ganz starke Szene ist dir aufgefallen dass es mir auch wieder beim anschauen aufgeschaut dass ich weiß nicht ob es an der extended version liegt oder ob sie nicht wirklich groß darauf geachtet haben Kontinuität von Tag und Nacht geschehen in diesem Film ist nicht unbedingt immer da ich meine die sind ja jetzt nicht in der Weltreise entfernt und trotzdem unterhalten die sich erst mal vor Gondor da ist es für die schon morgen und in Gondor wo wir wieder ins Schlachtgeschehen zurückkommen da ist es Nacht und dann als die auftauchen ist es dann wieder also es wechselt ganz viel in diesen Schlacht Szenen und in diesen Szenen wechseln zwischen Tag und Nacht geschehen was wir da mitbekommen ja das stimmt ich glaube als Denethor sich dann umbringt ist es auch auf einmal wieder Nacht oder war es Tag als er ich nee in der Nacht kommt Faramir oder tagsüber kommt Faramir noch an da ist es hell dann ist es auf einmal auf einmal dunkel wenn er ihn dann in diese Totenkammer bringt das stimmt da sollte man glaube ich nicht so drauf achten da waren sie bei Helms Klamm einen Ticken konsequenter ab dann ist ja zumindest alles nur noch bei Tag also im Gegensatz zu heutzutage wurden damals auch noch viele echte Pferde dafür benutzt ich glaube irgendeinen hatte ich auch gelesen einer der Reiter in den einen Szenen ist auch wirklich von seinem Pferd runtergefallen und die hatten unglaublich Glück dass er nicht von den nachfolgenden Reitern einfach niedergetrampelt worden ist also da ist Glück ist mit den Dummen so ungefähr wir haben gerade über den Hexenkönig gesprochen die Schlacht tobt wir haben jetzt könnten jetzt noch kurz durchzählen wie viele Orcs Gimli und Legolas in ihrem Wettbewerb umbringen etc. pp und wie viele Olifanten da drauf gehen auch so ein Kriegsgerät dieser Olifanten wo ich denke macht das so viel Sinn irgendwie weiß ich nicht ist wahrscheinlich mehr einfach auf Angst getrimmt dass es soll die Leute verschrecken als dass es tatsächlich einen taktischen Nutzen irgendwie hat denke ich mir so aber erklär mir doch mal und unseren Hörenden da draußen an den Empfangsgeräten was hat es mit diesem Hexenkönig auf sich und warum konnte ihn am Ende dann doch nur Eowyn umbringen das ist der Hexenkönig von Angmar und das ist einer der Nazgul und das ist quasi der oberste der Nazgul und es gab irgendwann wurde es glaube ich mal ausgesprochen dass er nicht von Menschenhand oder von Kriegerhand getötet werden können und dann gab es halt dieses Schlupfloch dass Eowyn ja kein Krieger ist und Merry auch kein richtiger Krieger also dass er theoretisch durch dieses Schlupfloch besiegt worden ist aber er war einer der Könige die auch die Ringe getragen haben und dann ins Reich der Geister übergetreten sind was wir hoffentlich wo ich mal gespannt sind ob wir das alles in Rings of Power wenn diese Serie noch Staffeln bekommen noch so mitbekommen wie die Menschen verführt werden und wie er später dann zum Hexenkönig von Angmar geworden geworden ist aber letztendlich ist er quasi nach Sauron einer der mächtigsten Gegnern die es da in der Zeit von Mittelerde überhaupt gibt also im Deutschen sagt er ja kein Mann kann mich töten und sie sagt dann ich bin kein Mann also liebe Hörer da draußen wenn ihr jemand verflucht oder so dann achtet auf eure Wortwahl ja gendert am besten dann kann euch das nicht passieren da haben wir jetzt mal eine sinnvolle Anwendung fürs Gendern kein Kämpfender kann mich töten ich glaube im Englischen ist es no man can kill me und sie sagt no living man may hinder me ah ja okay und jetzt ist natürlich die Frage an welchem Universumstisch wurde jetzt entschieden dass halt jetzt man mit man übersetzt wurde und nicht mit Mensch oder Menschheit also das gibt ja zwei Bedeutungen des Wortes man im Englischen der Sauron hat halt das eine gemeint aber das Universum das andere das ist natürlich so ein kleiner Kniff irgendwie ja also passt auf wenn ihr in Zukunft jemand verflucht denkt an eure Wortwahl ja ich weiß gar nicht ob es dem ich bin mir da gar nicht mehr sicher ob es so ein Ding im Buch war dass er nicht von Männern getötet werden kann wenn ich mir jetzt nochmal den Dialog gerade zwischen Eowyn und König der Maschul durchlese ist es so sie sagt also sie beschützt eigentlich in dem Fall auch noch den Körper von Theoden im Film ein sehr grausam Ende nimmt mich von Nazgul verspeist wird nachdem er erst von seinem Pferd erdrückt wurde ich glaube der Nazgul verspeist er das das fliegende Ding von Nazgul verspeist er das Pferd er wurde von seinem Pferd erdrückt das ist der tragische Tod er wurde der König der Pferdeherren wurde von seinem eigenen Pferd erdrückt ja stimmt die Ironie ist mir noch gar nicht aufgefallen bis du es gerade eben sagst hast recht der Effekt wenn der Hexenkönig hops geht dass der aber so nach innen gezogen wird so in sich implodiert der ist eigentlich sehr nett gemacht spiegelt auch das wieder was dann später mit dem Auge von Sauron passiert obwohl es in den Büchern ich weiß gar nicht mehr wie es beim König der Nazgul beschrieben wurde aber bei Sauron und Saruman ist ein ähnliches verschwinden zu sehen und das hat nichts mehr mit dem zu tun was im Film zu sehen ist können wir gleich noch Lass uns darüber gleich sprechen Richtig jetzt erstmal die Schlacht ist zu Ende stimmt der Theoden der darf noch mal kurz mit seiner Schwester Tochter sprechen auch ganz tragisch im Buch realisiert er nicht dass sie da ist auch ganz tragisch im Buch realisiert er nicht dass sie da ist und ihm das Leben gerettet hat und stirbt dabei ok das ist in der Tat doch noch mal ein Ticken tragischer für Eowen geht es dann um das hier an der Stelle abzukürzen ganz gut aus denn keine 10 oder 15 Filminuten später trifft sie dann auf einen am Krankenbett erwachenden Faramir und ist blitzverliebt und instant Aragorn ist vergessen egal die Schlacht ist vorbei wir haben uns jetzt Zeit um was anderes zu kümmern und dann kommt auch schon besagte Palantir Szene mit Aragorn wo also Aragorn den Palantir nimmt und ganz bewusst Sauron herausfordert um ihn aus der Deckung zu locken und um für Frodo so habe ich es verstanden ja den Weg frei zu machen genau das ist ähnlich wie im Buch nur das Buch allein der Anlass genügt dass sie zum Schwarzen Tor reiten also den Palantir hat er schon vorher vorher benutzt und hier wollen sie Sauron ablenken da er sowieso schon sein Auge auf sie geworfen hat indem sie mit der kleinen Armee zum Tor reiten ganz interessant finde ich die Wahl der Orte hier im Film im Buch ist es ziemlicher Standpunkt dass Aragorn Minas Tirith nicht betreten will solange er nicht als König gekrönt wurde um einerseits natürlich nicht das Volk zu verärgern und auch nicht die Ehre der Truchsessens zu verletzen aber andererseits auch sein Ehrgefühl zu belassen also er betritt Minas Tirith wirklich nicht bis er am Ende des Buches gekrönt wurde und alles was vorher passiert da hilft er aus um in den Häusern der Heilung die verschiedenen Leute zu heilen weil die Hände des Königs sind heilende Hände und das ist dann im Buch auch wieder eine Bestätigung dafür dass er ein König ist also es ist nicht einfach so dass alle direkt akzeptieren dass er da ist sondern es gibt Zeichen dafür die durch Aragons auftreten durch das Schwert das er bei sich trägt durch die Aktionen die er durchführt aber auch als letztendlichen Beweis dass die Hände des Königs heilende Hände sind hat er denn auch irgendwelche magischen Kräfte ist er irgendwie so ein bisschen magiebegabt oder so oder ist das heilend eher im übertragenen Sinne zu verstehen ne es ist schon so dass sie wirklich diese Königsblume oder wie das heißt dass er dass das hilft um die Wunden um magische Wunden zu heilen das hat er hat er ja auch im ersten Buch teilweise bei Frodo gemacht um einfach die Verletzung durch die Morgulklinge zu lindern da hat er ja die Hobbits beauftragt dieses Königskraut zu suchen und diese Lösung die er dadurch hergestellt hat die hilft um das zu heilen und hier ist er im Buch eine ganze Zeit lang unterwegs um genau den Betroffenen die durch die Nazgul verletzt worden sind die zu heilen und das ist dann am Ende eine Bestätigung dafür dass er einfach Anspruch auf die Königswitte hat ok aber es hat nichts magisches also einfach nur ein Waldläufer der weiß wie man damit umgeht ne es muss schon vom König kann es nur geheilt werden können diese diese Wunden geheilt werden ja genau es ist schon was magisches genauer wird das nicht erklärt es gibt bestimmt irgendeinen Hintergrund dazu warum es ist und das hat sicherlich auch dann wieder mit Numenor zu tun dem Geschlecht der Numenor und so aber das ist jetzt eine Sache wo ich nicht tief genug in der Theorie drin bin ok verstehe vielleicht gibt es ja daraus niemand der uns da etwas aufklären kann jetzt waren wir gerade bei der Palantir also der der Aragon lockt also jetzt den oder zieht die Aufmerksamkeit von Sauron jetzt aus der Sauron muss hier ziemlich sickig sein weil die Schlacht hat er ja ziemlich krass verloren ich fand immer schon bewundernswert dass Sauron einer der Sauron sag ich schon dass Aragon einfach niemals den Glauben in Frodo verliert oder zumindest fast nie das ist im Buch auch so dass sie immer noch fest daran dann hoffen dass sie irgendwie noch helfen können dass er weil sie auch noch keine Nachricht von seinem Tod mitbekommen haben also es kann zwar sein dass er irgendwo vergraben in irgendeinem Loch in Izilien liegt sie wissen halt dadurch dass Sauron noch nicht seine volle Macht erreicht hat ist er auch noch nicht im Besitz des Ringes und das heißt dass Frodo und Sam noch einigermaßen safe sind ja springen wir wieder zu den beiden beziehungsweise der Gollum ist ja wo ist Gollum eigentlich den hat der hat sich vom Acker gemacht die Chance genutzt als die beiden abgelenkt waren und hat sich verpieselt und jetzt haben wir den Part den ich ja vorhin schon sagte nämlich jetzt kommt sozusagen das härteste Endstück die letzten Kilometer auf dem Weg zum Mount Doom die beiden müssen sich ja dann noch durch die Ork Armee durchschlagen und so weiter und so tun als ob das können wir an der Stelle glaube ich ein bisschen überspringen denn ich möchte einfach auf diese nochmal ich hatte es vorhin gesagt schon aus dem Schauspiel sensationell man fühlt es einfach wie er jetzt will jetzt Herr Frodo wir sind so weit gekommen und jetzt kannst du noch nicht aufgeben und wenn du nicht mehr laufen kannst dann trage ich dich halt also das ist eine sensationelle Szene und die ist durchaus auch ein bisschen kitschig wenn er dann erzählt von den Vögeln und dem Haselnussbaum und bla und die Sommergerste und es ist schon ein bisschen dick aufgetragen aber es wirkt zu keinem Zeitpunkt fremdschämmäßig ist einfach ich finde die Szene ganz toll wie er ihn dann so auf die Schulter legt und aufsteht und ein Schritt von der sensationell es ruft einfach Gänsehaut hervor und ja ich muss es wiederholen an der Stelle wo wir jetzt hier sind ist ja schon über die Hälfte des Films durch und das ganze Geschehen in Mordor war eigentlich drei Kapitel im letzten Buch was das angeht und alles was wir bis dahin gesehen haben war Teil des zweiten Buchs aber auch hier finde ich immer wieder großartig auch abgesehen davon dass ich immer noch nicht weiß ob ich jetzt Saurons Laser Auge Such Auge so toll finde ich verstehe dass man es übertragen muss in einem filmischen Kontext und dass er irgendwie da sein muss als Präsenz aber dieses Auge ist ja auch ein Büchern zumindest eher metaphorisch gemeint was das angeht wir haben nicht diesen riesigen Turm wo ein flammendes Auge drauf ist wo es wo ich immer wieder an wo wir gleich auch an eine Extended Szene dran kommen an dieses Meme denken muss der Mund von Sauron und das Auge von Sauron wunderbares Meme falls das kennst ja dann würde ich an der Stelle sagen bevor wir aufs Ende springen nämlich dann ins Innere von Mount Doom und wir dann sozusagen das Ende mal machen dieses Ende mit dem mit Saurons Mund und so weiter so cool ich dieses Design auch finde auch das ist eine nicht falsch ich finde es eine ganz ganz starke Szene bei der ich mich wie bei Saruman am Anfang auch frage die zwei Minuten mehr hätten auch der Kinofassung ehrlich gesagt keinen Abbruch getan warum dieser Saurons Mund komplett rausgeschnitten wurde habe ich auch nicht verstanden war es nur wegen dem wegen der Enthauptung dass man ein günstigeres PG-Rating kriegt ach wer weiß ich glaube man musste einfach einen kinokompatiblen Film hinbekommen und dann hat man gekürzt wo es einfach nur ging und wahrscheinlich dachte man sich an der Stelle gut wir werden die Extended rausbringen da sind dann alle glücklich am Ende und hier nehmen wir dann die Logik Sprünge in Kauf was das was das angeht fun fact Merry und Pippin waren beide nicht beide dabei bei dieser Szene vom Tor sondern nur Merry genau Pippin war ja mit nee Pippin war dabei weil Merry in der Schlacht gekämpft hat mit Theoden und Pippin eigentlich im Film das ganze Geschehen in dem Buch das ganze Geschehen von Minas Tirith aus beobachtet hat und gar nicht so in den Krieg eingreifen musste und Merry war verletzt deshalb war der auch in den Häusern der Heilung und nur Pippin ist mit ans schwarze Tor rüber was auch dann nochmal eine Trennung von diesen zwei Brüdern war die das ganze für die schwer gemacht hat verstehe die Schlacht am Ende das ist ja dann auch wir haben gerade vom tapferen Aragon gesprochen der so beharrlich an Frodo glaubt und der wäre ja auch hier bereit sich bedingungslos sozusagen zu opfern und hat auch hier ja keinen Beweis beziehungsweise sogar der Beweis für den vermeintlichen Scheitern der Mission wird ihm ja nicht mal den akzeptiert er im Buch auch eher Gandalf mit dem gesprochen wird und Gandalf der das ganze ablehnt im Film finde ich ganz gut dass er die Rolle Aragorn übertragen hat weil man dann auch den Fortschritt von Aragorn als Charakter in den Filmen noch besser begreift dass er jetzt in die Rolle des Königs weiter reinrutscht und alles auch für seine Freunde macht Lass uns mal zum Maundum hüpfen wir haben schon über zwei Stunden wir sollten mal so langsam auf die Zielgerade einbiegen auch wenn ich weiß dass bei dieser Podcast Reihe unsere Zuhörer da draußen immer sehr lange verweilen und wir sind ja eher so die knackige Stunde abreißen Mount Doom der Schicksalsberg und böse Zungen sagen Frodo hatte einen Job den hat er irgendwie verkackt aber hat er es wirklich verkackt ich habe es vorhin gesagt es ist ein Ende das auch passiert wäre ohne unseren Helden so ähnlich wie bei Indiana Jones ungefähr er bringt zwei Dinge in Gang aber ist für das Ende dann nicht verantwortlich doch also wenn man sieht er hat er hat ja den Ring am Ende dahin gebracht auch wenn er nicht den letzten Schritt tut ist er dafür verantwortlich dass Gollum dahin kommt und dass Gollum stolpert und quasi in die Flammen des Berges hineinfällt und deshalb kann man nicht sagen wie bei Indiana Jones Indiana der Film hätte auch ohne ihn stattfinden können dem ist dann nicht so also alles was was die Hobbits da gemacht haben auch mit der Reise mit Gollum führt sie genau zu diesem Punkt auch wenn und das unterscheidet dann auch wieder frodo von Sauron und von den großen Königen dass er es nicht alleine schaffen muss weil er Freunde hat Gefährten hat die ihm dabei unterstützen also hat Frodo nicht versagt oder naja in seinem Kopf hat er in den Büchern in der Tat versagt aber am Ende ist das Ziel trotzdem erreicht worden die 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 Gefährten haben ihr Ziel erreicht die Volksschaft des Ringes hat ihr Ziel erreicht und das war ja der Sinn des Ganzen dass der Ringträger nicht alleine auf sich gestellt und nur durch Sam haben die am Ende die Schmiede erreicht überhaupt das ist ja das was ich sage also der Held ist eigentlich Sam ihm gebührt die eher oder hat Gandalf und das alles schon so voraus gesehen gewusst ah das muss ich so eine Truppe zusammenstellen anders funktioniert es nicht ich bin so am überlegen die ganze Zeit ob das alles so von den schlauen Maya so eingefädelt war oder ob sie da doch ein bisschen sich auf das Glück verlassen haben es war immer auf Messerschneide es war wie er hätten für diesen Podcast auch so ein Phrasenschwein aufmachen können also das passiert in der Tat fast so ähnlich wie im Buch und das nimmt auch gar nicht so viele Kapitel im Film ein es ist einfach das große finale wo es alles drauf hinaus läuft und dann ist einfach die Macht des Ringes gebrochen wo Sauron den größten Teil seiner Kräfte eingelegt hat und dementsprechend schwindet auch die Macht über die Armee der Orks also im Film ist es ja natürlich noch noch stärker visualisiert durch den Boden der einbricht genau unter der Gefolgschaft der Orks im Buch ist es eher so dass die eine Panik ergreift und hier haben wir unser großes dramatisches Ende wo Barad-Dur zusammenkracht das Auge sich nicht befreien kann und dann ähnlich wie der König der Nazgul in sich implodiert und am Ende explodiert hat denn der Sauren überlebt also hat jetzt auch wieder seinen Geist überlebt ich meine der ist ja dann doch ein Maya das habe ich ja dann gelernt und mir auch behalten und wenn ich mich rechtensinne wird im Buch ja angedeutet dass er dann irgendwie so doch ein Geist dann irgendwie aufsteigt aber dann vom Winde verweht wird um mal im Bild zu bleiben vom Film den wir vorhin schon hatten das gleiche passiert mit Saruman rein theoretisch im Film der war ja auch genau er war auch eine dunkle Wolke über ihn auf die dann verweht wird und da ist es ähnlich dass die nach Mordor rüberschauen und sehen wie sich ein riesiger Schatten erhebt über dem Lande und dann verweht wird und nein Sauron ist faktisch nicht tot er ist nur so geschwächt dass er keinen körperlichen Zustand mehr annehmen kann was es angeht also es stirbt von den mächtigen stirbt da eigentlich keiner so richtig die haben wirklich ewiges leben die können nur ihre kraft verlieren sich körperlich zu zeigen und Sauron hat wie wir auch im Ringe der Macht besprochen haben und in den letzten Filmen er hat viel von seiner Macht eingebüßt indem er immer wieder verloren hat und sich immer wieder eine neue Gestalt annehmen musste früher war er ein Gestalten Wanderler der jegliche Form einnehmen konnte und durch jeden Verlust durch jede Niederlage hat er einen Teil seiner Kraft eingebüßt und diese Kraft hat er jetzt größtenteils im Ring gebündelt deshalb konnte er auch hier nicht wieder auftauchen wie er früher aufgetaucht ist und seine Essenz ist dann in alle Winde zerstreut worden damit damit ist er aber durchaus ein ziemlich erfolgloser Bösewicht also jetzt hat er es wie oft probiert hartnäckig ist er das muss man ihm lassen ja aber dann wäre die Geschichte ja anders wenn die Bösen gewinnen würden also er war für einen Bösewicht schon sehr erfolgreich er hat das Ende von Numenor hervorgerufen er hat viele Armeen besiegt in vielen Kriegen was das angeht er hat Mordor geschaffen er hat viel Finsternis in die Welt reingebracht und also wenn man so eine Checkliste von seinen Errungenschaften aufstellen müsste war es eigentlich gar nicht so schlecht auch wenn er dann nie 100% hinbekommen hat aber wie das Pareto Prinzip sagt die letzten 20% sind halt 80% der Arbeit hat er sich eigentlich jemals dazu geäußert warum naja das sind einfach die Bösen sind die in dem Fall mein Gott wie heißt er denn Morgoth so wie halt Thanos zum Beispiel der hat ja einen Grund gehabt oder auch Kang the Conqueror wie wir jetzt bei Ant-Man gelernt haben hat ja auch einen Grund Sauron jemals irgendwie oder Sauron einfach evil um des evil seins will naja er war einer der gefolgsleute von Morgoth und Morgoth hat er schon das Ziel die Welt zu unterjochen weil er einfach nicht den den Regeln der Welt gehorchen wollte und auch einfach der Herrscher der Welt sein wollte und dementsprechend hat er wie sein sein Meister genau dieser Herrschaft hinterhergetraut und wollte hier über ganz Mittelerde sein das war letztendlich das Ziel und und bei Tolkien hat man natürlich teilweise Zwischentöne was das angeht aber da ist es deutlich schwarz weißer geschrieben als es vielleicht heute üblich wäre wahrscheinlich ist das so wollte am Ende der Ring ins Feuer vielleicht fallen das war wahrscheinlich wie so vieles einfach Zufall ich glaube nicht dass der Ring das wollte der Ring der hatte vor Frodo wieder zurück zu bringen und dann ist Gollum dazwischen gekommen und Gollum ist gestolpert und wie Gandalf schon an einigen anderen Szenenteilen in dieses Filmes und den Büchern gesagt hat es sind ja nicht nur die Kräfte des Bösen am Werk in dieser Welt sondern auch die Kräfte des Guten ob jetzt einfach nur der Zufall geholfen hat oder ob wirklich im Hintergrund ein paar gute Leute die ihre Fäden gezogen haben ein paar Götter noch nachgeholfen haben weiß man nicht wirklich aber am Ende ist es wie das Lied von Eru sagt tritt alles ein wie der Gott der Welt es damals durch komponiert hat und das ist ein Teil der vorbestimmten Zusammenstellung dieses Lieds jetzt können wir uns am Ende noch darüber freuen dass die Adler verstanden haben im Gegensatz zu den anderen was wir vorhin gesagt haben dass es durchaus um ihre Existenz auch geht und sie greifen dann nochmal ein und retten auf verschiedenste Art und Weise den Tag ich glaube zu den Adlern ist alles gesagt worden das brauchen wir wirklich nicht nochmal aufmachen aber inzwischen scheint sich so ein bisschen so der der Spin durchzusetzen dass das jetzt halt doch nicht so das Mega Plot hole ist weil es wohl in sehr vielen anhängen Silmarillion so der die Attitude der Adler so ein bisschen erklärt wird und dann ist das halt dann sind die halt ein bisschen sehr stolz und sehr mächtige Tiere was das angeht und die haben am Ende dann doch eingegriffen was das angeht ich glaube es war wieder Gwai hier der dann mit Gandalf rüber zum Schicksalsberg geflogen ist und ist ja auch gut so es wäre schade gewesen wenn wir Frodo und Sam nicht wieder gesehen hätten auch wenn man sich hier wieder im Film Gedanken darüber machen könnte dass die in der unmittelbaren Nähe der Lavaströme doch schon längst verbrannt wären ja zumindest hätten sie es glaube ich wirklich nicht so lange ausgehalten weil das ist schon ziemlich heiß aber okay jetzt folgt nachdem also der Ring dann vernichtet wurde und alles in sich zusammen bricht und das auch ganz fantastisch aussieht wobei ich mich immer so frage ist ja nicht nur hier so es ist ja bei Indiana Jones 3 gibt bestimmt noch ganz andere Filme müsste man auch mal eine eigene Kategorien Liste für aufmachen Bösewicht Lairs oder Hauptquartiere die einfach explodieren weil die Mission des Helden jetzt vorbei ist wo einfach alles in sich zusammen bricht so aus Prinzip und hier bricht ja auch alles in sich zusammen wird danach eine blühende Landschaft raus ich dann schon ans herz immer wieder aufs neue Und dann ist auch Minas Tirith schon wieder recht schön repariert worden. Ich bin jetzt perfekt auf, wenn ich mir diese weiße Stadt angucke. Das hat mich, jetzt weiß ich auch, was mich an diesem kleinen Modell bei der Sonderausgabe immer so gestört hat, weil es nicht weiß ist. Ist grau, ne? Ich schaue gerade auch noch mal wieder zurück. Es ist grau. Das ist wirklich schade, dass es grau ist. Eigentlich müsste man noch mal ein bisschen das ansprühen. Ja, genau. Also Frodo ist erwacht. Alle sind wieder da. Dann gibt es die Krönung von König Aragorn, dem 312-Zigsten. Da muss man sich dann auf einmal dran gewöhnen, dass Viggo Mortensen jetzt halt gekämmt, gebürstet, gewaschen ist. Wir haben zwölf Stunden dreckig gesehen. Jetzt hat er auf einmal so eine komische Pudelfrisur. Und ja, ganz ehrlich, das passt irgendwie so überhaupt nicht. Ja, ja. Deshalb ist es ganz okay. Dass er dann tränenreich sagt, you bow to no one. Ihr verneigt euch von niemandem. Und das verneigen sich dann alle vor denen. Das ist eine Szene, die mir auch 20 Jahre später noch, nachdem man die ganze Trilogie schaut, Tränen in die Augen bringt. Ja, absolut. Pipi ins Wasser. Ja, das ist richtig. Jeder kriegt noch mal kurz seine zwei Minuten. Dr. McCoy kann kurz kommen. Fahrer Mjolnir und Eowin glücklich verheiratet sehen wir auch noch mal eben schnell. Der Legolas darf noch mal kurz kommen. Ja, und dann tarnt sich, als hätte er es nicht gewusst, ja. Liv Tyler. Und man denkt die ganze Zeit, jetzt muss noch der Vater auch noch irgendwo um die Ecke kommen. Aber es ist dann doch nur Elrond. Und danach gibt es also sozusagen zur Krönung auch noch so eine kleine Auchzeit. Ach, und sie hat so viel Pipi in den Augen. Ich weiß noch, meine einzige Figur, die ich dreimal aus dem Überraschungsei gezogen habe, war Arwen. Habe ich dreimal ein Überraschungsei gehabt, ja. Und da hat sie nämlich auch dieses grüne Kleid an und das Haargesimsel, wie hier auch. Und jetzt, wo ich die Szene gerade noch mal gucke, er steckt ja schon ziemlich unvermittelt, also mit einer Vehemenz die Zunge in den Hals. Ei, 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 sehe ich gerade so. Boah, okay, aber gut. Ja, da kommen die ganzen Emotionen vom Dreh wieder hervor. Kommt alles hoch, kommt alles hoch her. Ja, und sie freuen sich, dann kommt eben je besagte Szene, die du gerade gesagt hast, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem. Das ist wirklich herzergreifend. Einfach herzergreifend. Vor allem, was alle machen. So der ganze Hofstaat und alle runter. Und man hat das Gefühl so, ah, das ist einfach toll. Und dann sind die ganz ergriffen. Und dann hast du recht, dann geht es wieder auf weiß. Ja, und dann sind wir über die Karte zurück im Scheier. Wie lange hat das denn eigentlich gedauert, die ganze Aktion? Die sind ungefähr ein Jahr unterwegs gewesen, was das angeht. Irgendwann wird erwähnt, dass sie auf dem Rückweg an der Wetterspitze vorbeikommen und das genaue Jahr her ist, dass Frodo verletzt wurde von der Mogelklinge und dann seine Wunde wieder schmerzt. Was mich an dem Ende so ein bisschen, also so ein bisschen stört, ein ganz kleines bisschen. Wenn sie dann zurück in Hobbingen sind und dann in der Kneipe sitzen und da hat man irgendwie so das Gefühl, als hätten die überhaupt nichts mitgekriegt, die anderen Hobbits davon. Weißt du? Die haben jetzt die Welt gerettet, aber die Hobbits haben das überhaupt nicht gecheckt. So, keine Ahnung wie, was weiß ich, du bist gerade bei Wetten, dass aufgetreten und gehst am Montag in die Schule und keiner hat es gesehen. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mit dem Audenland zu tun hat. Aha, okay. Ja, im Audenland bekommen sie es auch, trotzdem, dass das Audenland befreit werden muss, bekommen sie vieles nicht mit und können auch nicht vieles glauben, was da passiert ist. Die Hobbits werden später zwar mit Ehrfurcht behandelt, aber dann auch nicht mit der Ehrfurcht, die sie vielleicht verdient hätten. Vor allem Frodo wird später als so der seltsame, eher als würdiger Nachfolger von Bilbo gesehen, der auch immer in Hobbingen, im Audenland schon immer als seltsame Figur wahrgenommen wurde. Aber das ist auch das, was die beschützen wollten. Die wollten diese Unschuld vom Audenland beschützen und diese Abgeschiedenheit und dass da einfach ein Stückchen Paradies ist. Das wollten die beschützen und das haben die im Film geschafft, in den Büchern nicht. Und das ist ein Riesenkapitel, was sich viele Freunde, viele Fans gewünscht hätten, dass es in den Filmen auch noch vorkommt. Aber dann hätte man wahrscheinlich einen ganzen Epilog-Film drehen müssen, um nochmal die Befreiung des Audenlands mit reinzubekommen. Wie ich am Anfang gesagt habe, das Audenland sieht, als sie zurückkehren, ähnlich aus wie in der Szene in Galadrias Spiegel. Also sie machen sich auf den Rückweg von Gondor und brauchen natürlich eine ganze Weile, bis sie zurück sind, machen dann nochmal Halt in Bruchtal. Und nachdem sie in Isengard waren, treffen sie auf Saruman, der in ranzigen Klamotten unterwegs ist und der die Bayer beschimpft. Aber sie lassen den ziehen, was am Ende ein großer Fehler war. Dann verbringen sie eine ganze Zeit lang noch in Bruchtal, feiern noch Bilbos Geburtstag, was das angeht und gehen dann weiter ins Auenland und sehen, dass nicht alles gut ist, weil vor allem Hobbingen und Co. besetzt sind. Durch die Schergen eines, ich weiß gar nicht, wir, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen in den Büchern von ihnen, eines komisch benannten Herrens. Und dieses Kapitel im Buch zeigt nochmal, wie die Hobbits gewachsen sind. Denn vorher haben sie schon alle verabschiedet. Selbst Gandalf ist abgehauen und hat sie sich selbst überlassen, was das angeht. Aber sie sind jetzt in der Lage, das Auenland, die Leute im Auenland aufzuwecken und eine Armee zusammenzustellen, die dann die Schergen von Saruman vertreiben und quasi ihr eigenes Land zu befreien. Was leider schon sehr stark gelitten hat durch die Übernahme von Saruman, der bewusst aus rachernden Hobbits viel im Auenland zerstört hat. Am Ende treffen sie auf ihn, sehen, dass er das ganze Böse angerichtet hat. Ähnlich wie bei der Szene im Film sticht dann Grima Schlangenzunge auf ihn ein und wird dann auch von einem Pfeil getötet. Und Saruman verpufft, aber sie brauchen ganz lange, um einfach wieder Hobbingen und das Auenland in der Art und Weise wiederherzustellen, wie sie es vorher kannten. Und dementsprechend sind die Narben des Krieges auch im Auenland angekommen, was es angeht. Aber wie gesagt, ein wichtiges Kapitel im Buch, weil es einfach nochmal zeigt, wie sehr die Hobbits selber auch gewachsen sind und dass sie ihre eigenen Probleme mittlerweile lösen können. Ja, und dann sind die Tränen gerade getrocknet im Film. Und man hat so ein bisschen Mitleid mit den unbesungenen Helden in Hobbingen. Ja, und dann haben wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Keine Ahnung, vielleicht ein Jahr, glaube ich, oder sowas. Und ich glaube, es vergeht noch so ein bisschen. Noch ein bisschen was, auf jeden Fall, der Frodo schreibt seine Memoraren auf, beziehungsweise vervollständigt die von Bilbo und besagt der Bilbo, der darf jetzt dann auch heim ins Himmelreich zusammen mit Gandalf, den Helden. Ja, und dann kommt der Herz zerreißendste Moment für Frodo auch. Das ist für mich so der, es gibt so ein paar Szenen, die triggern immer wieder. Spock's Tod, also der von Leonard Nimoy in Star Trek 2, das ist so eine Nummer. Ah, das ist einfach, ach, das ist Sean Austin. Das sieht man, ich gucke ihn gerade an. Er kann es nicht glauben. Die Tränen kullern. Elijah Wood, jetzt passt sein Gesichtsausdruck. Er gibt ihm das Buch, ach, das ist einfach, ist einfach, ist einfach herzergreifend, weil es auch so aus dem Nichts kam, ne? Und dann darf der damit, ach, wie schön. Ja, es kommt für Frodo nicht aus dem Nichts. Er hat es schon lange auch vorbereitet, dass Bilbo und er mit in den Westen ziehen dürfen. Es wird halt nur ganz besonderen Personen die Ehre übertragen, mit nach Valinor rüberreisen zu können. Denn wer uns bei Rings of Power und den letzten Podcasts mitgehört hat, weiß, dass dieses Land nicht einfach so zu erreichen ist, sondern man muss schon die Erlaubnis haben und muss über Himmelsgestade da mit den Elben rüberreisen. Es ist auch so, dass jeglicher Sterblicher, der nach Valinor kommt, auch da nicht mehr allzu lange lebt. Ganz einfach. Weil die sind im Himmel im Segensreich und da verbrennt man lichterloh an dem großen Leben, was da geführt wird. Also man hat, weil es ein bedeutenderes und ein erstrahlenderes Leben ist, hat man da auch weniger Lebenszeit. Also alle Sterblichen, die da hinkommen, die leben nicht so lange. Was aber auch okay ist, weil Frodo wahrscheinlich dann eh ins Himmelsreich einkehrt, was das andere geht, was dann für diese Art von Lebewesen dafür ist. Und auch Sam, also dieser Film und das Buch endet ja mehr oder weniger damit, dass Sam zurück zu seiner Familie geht und dann die Tür von Beutelsend schließt. Wo übrigens eins der Kinder, die man im Film sieht, auch Sean Essens Kind ist, die größere. In der Historie von Tolkien darf Sam auch ein paar Jahrzehnte später von den grauen Anfurten in den Westen reisen. Das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Also zum einen, okay, was, was habe ich davon, nach Valinor zu kommen? Das wäre jetzt wirklich so eine Frage, was habe ich davon? Also ich werde halt ein Geistwesen sozusagen. Nicht, ja, nicht ganz. Also. Oder ich habe halt nochmal, ich finde Erleuchtung und der Preis der Erleuchtung ist aber dann, dass es halt dann auch endlich ist. Ja, es ist Eden. Es ist ein Eden für die Elben und das ist halt, dass du nochmal von alle Wunden von dir geheilt werden können quasi. Aber dementsprechend, wie ich gerade gesagt habe, ist dir auch nicht unbedingt ein langes Leben im Paradies vergönnt als sterblicher Person. Okay, tja, und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Und was mich jetzt mal interessieren würde, hat denn der Tolkien noch was geschrieben, wie es danach weiterging? Er hat, ähm, Andeutungen. Gibt es noch so Sam und das verwunschene Kind oder sowas, ja? Ja, also es gibt die Anhänge im Buch zu Heer der Ringe, wo er so ein bisschen auch darauf angegangen ist, wie Aragorn geherrscht hat, wann er gestorben ist, wann Arwen gestorben ist und so weiter. Also es gibt, ich glaube, die nächsten Jahrzehnte, ein, zwei Jahrhunderte sind auf jeden Fall in Stichpunkten beschrieben. Die Hobbits haben halt, nehmen halt hohe Stellung bei sich ein. Genau, Pippin, der wird zum Teil des Auenlandes, also quasi zum Premierminister des Auenlandes, was das angeht. Eomer heiratet auch irgendwen, ich weiß gerade gar nicht mehr, Faramir, natürlich Eowyn, die sind zusammen. Man hat so ein bisschen die Todesdaten noch von den einzelnen Leuten dabei, ansonsten werden, glaube ich, noch ein paar Kriege beschrieben, die dann Aragorn gewinnt. Aber letztendlich ist die, die Herrschaft von Aragorn, dem zweiten Elissa, eigentlich ein ziemlich, ein gutes, gute Jahre der Regentschaft. 122 Jahre sind es insgesamt, ein paar Jahre später stirbt dann auch Arwen. Und dann gibt es, und das ist das Interessante, also es endet nicht damit. Tolkien hat angefangen, Ereignisse sogar im vierten Zeitalter zu beschreiben. Es ist so eine Geschichte, die heißt The New Shadow. Davon hat er die Anfänge geschrieben. Aber das ist ganz böse, dann hat er es nicht mehr weitergeschrieben, weil er es nicht zu Ende schreiben konnte. Also theoretisch wäre ein Sequel zum Heer der Ringe in der Mache gewesen. Und wir wissen auch so ein paar Sachen darüber, was da passiert, dass irgendwie aus dem Osten wieder Gefolgsleute von Morgos hinkommen und man nicht weiß, was da jetzt, was da jetzt dran ist, ob wirklich Morgos oder Sauron wiedergekehrt sind und ähnliches. Das ist ein Cliffhanger, der wahrscheinlich nie aufgelöst wird. Verstehe. Das heißt also, außer so ein bisschen, ich sag mal, halb ausgegorenen Geschichten gibt es dann jetzt gar nichts mehr. Es gibt nicht noch ein viertes Zeitalter, was dezidiert ausformuliert wurde. Genau, also Tolkien, der hat ganz, ganz, ganz viel aufgeschrieben und ganz, ganz viele Notizen gemacht und es gibt auch durchaus umfangreiche Schriften darüber, die aber auch nie komplett canon sind. Also das hat der Christopher Tolkien, der Sohn ja versucht, alles so ein bisschen im Silmarillion und anderen Schriften zusammenzufassen, war aber auch nie ganz erfolgreich darin, wirklich alle Schriften von seinem Vater in einen ordentlichen Zusammenhang zu bringen, weil der sich auch immer wieder gerne korrigiert hat und neue Versionen von Geschichten geschrieben hat und ähnliches. Also es gibt viel zu lesen und viele alternative Varianten davon. Es gibt ein Multiversum mehr oder weniger, wenn man es dann am Ende so bezeichnen will, aber es ist nichts, was dann wirklich umfassende Geschichten beinhaltet. Um nochmal einen kleinen Ausblick zu wagen, es sind ja jetzt neue Serien oder Filme basierend und mit Peter Jacksons Involvement angekündigt worden. Wann sollen die denn spielen? Die werden jetzt aber nicht danach spielen, es wird auch wieder nur ein Prequel werden oder, oder werden die was völlig anderes machen, dass die einfach nur in Mittelerde spielen und dann was ganz anderes machen? Nee, die Gruppe, die das gekauft hat oder die sich die Rechte dafür eingeholt hat, Filme und Serien zu produzieren, hat viele Rechte am dritten Zeitalter und was darüber hinaus geht. Was wir von Amazon kennen, die haben die Rechte am zweiten Zeitalter und an den Anhängen vom Heer der Ringe. Dementsprechend können die sich nicht unbedingt groß in die Quere kommen, aber es sind zwei verschiedene Produktionen, wo auch wahrscheinlich sehr unterschiedliche Produkte bei rauskommen können. Da hat sich dann Amazon ein bisschen selber ins Bein geschossen, weil Warner sich dann natürlich Peter Jackson geschnappt hat und Amazon nie wirklich mit Peter Jackson geredet hat. Das heißt, an der Stelle wissen wir noch nicht so ganz genau, was auf uns zukommt. Also es gab vor vielen, vielen Jahren Gerüchte, dass zum Beispiel Filme zu Gollum, zu Gandalf, zu Aragorn und sowas stattfinden soll. Also ich glaube, in der Richtung wird man was erleben können. Als nächstes ist er auf jeden Fall im Rahmen der Amazon-Rechte oder von anderen Rechten ist ein Film über die Rohirrim, also über Rohan geplant. Ein animierter Film. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall haben wir jetzt insgesamt auch über zwölf Stunden Podcast zu Heer der Ringe gemacht. Und ich habe Rings of Power noch nicht mehr mitgezählt. Hast du noch Wissen, was raus muss? Müssen wir noch eine Folge als Silmarillion Appendix sozusagen dranhängen? Oder hast du jetzt eigentlich alles so ausgekotzt, was du so grundsätzlich weißt? Wie viel Wissen ist noch im Michael drin? Theoretisch ist da noch ganz, ganz, ganz viel Wissen. Aber teilweise auch Halbwissen, weil ich muss das immer wieder erfrischen. Das ist halt eine ganze Bibliothek, die man da durchforsten muss. Ein ganzes Kompendium, was man im Kopf haben muss. Und das ist wirklich nicht leicht. Deshalb in Vorbereitung zu diesem dritten Film wäre noch so viel da gewesen, was man im Hintergrund Materialien sammeln könnte. Ich habe mich jetzt vor allen Dingen wieder auf das Thema Vergleich zu Bücher konzentriert und ein paar einzelne Fakten reingestreut. Es gibt ja, wie man von den Extended Editions weiß, so viel auch Production Notes und Making-ofs und Ähnliches. Da könnte man auch eine ganze Reihe drüber machen. Aber dann wären wir, glaube ich, in zwei Wochen noch nicht fertig, wenn wir darüber reden würden. Und ich habe das auch alles nicht im Kopf. Das alles teilweise auch wieder anlesen und anhören und angucken. Und dann werden wieder ein paar Regionen in meinem Gehirn aktiviert, wo es schon mal abgespeichert war. Es ist wie Radfahren. Irgendwann kommt man wieder rein. Gut, wir wollen aber an der Stelle jetzt nichts versprechen, was wir sowieso nicht einhalten. Vielleicht werden wir das ein oder andere, beziehungsweise ganz sicher werden wir das ein oder andere Wissens-Titbit von dir noch wissen, noch erfahren, wenn es dann in die zweite Staffel von Rings of Power geht. Also von daher mache ich mir da ehrlich gesagt gar keine Sorgen, dass das Wissen nicht noch raus muss oder raus kann an der Stelle. Du, und wenn es wirklich so kommt und wir etliche Filme und Serien in dieser Welt bekommen, dann haben wir noch genug Material, worüber wir sprechen können. So sieht es aus. Ich glaube, das war so ziemlich mit der längste Podcast, den wir so gemacht haben. Wir haben die drei Stunden nicht ganz geknackt. Wenn ich es jetzt noch etwas kürze im Schnitt, werden es ungefähr vielleicht so zweieinhalb Stunden sein. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr wart auch jetzt nicht allzu sauer, dass es jetzt dann doch fast ein Jahr gedauert hat, bis die letzte Folge rausgekommen ist. Ganz ehrlich, bei Coldmirror und ihrem 5-Minuten-Harry-Podcast, da verzeiht ihr das auch alles. Also von daher könnt ihr es uns auch verzeihen. So, und in diesem Sinne. Dafür Überlänge hier, ne? So sieht es aus, dafür Überlänge. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns euer Feedback an info at nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de slash Discord oder schreibt uns eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Wir haben übrigens auch jetzt eine WhatsApp-Community, wofür auch immer das gut ist. Man konnte es einrichten. Ich habe draufgeklickt. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Community. Kommt halt da auch rein, wenn ihr möchtet. Sie steht euch offen. Ich lasse euch rein. Wir gucken, was wir da einfach anstellen werden. Das macht ihr am besten unter der 015259647709. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ja, und auf YouTube und auf Twitch sind wir auch ab und zu mal wieder. Ich kündige jetzt den Livestream für PK nicht an, weil bis ich die Folge hier geschnitten habe, ist der sowieso schon gelaufen. Also wenn ihr das hört und denkt so, hey geil. Der dauert dann auch nochmal wieder zwei Monate. Wenn ihr also das hier hört. Das ist dann nicht meine Schuhe. Also das hier hört und sagt, hey Livestream für PK, der war wahrscheinlich schon. Hättet ihr mitgekriegt, wenn ihr auf Insta oder Twitter oder Facebook uns gefolgt werdet. Deswegen ist es immer sehr wichtig. Also lasst doch mal ein Däumlein nach oben da. Bewertet uns und vor allem empfehlt uns weiter. Jetzt ist ja diese Herr-der-Ringe-Reihe wunderbar abgeschlossen. Jetzt habt ihr was, was ihr euren Freunden, Bekannten, Tanten, Verwandten, Nichten, Neffen, Oma, Opas, Arbeitskollegen empfehlen könnt. Und sagen könnt, hier hört ihr mal die sechs Folgen Herr-der-Ringe und Hobbit an. Das ist einfach super. Hat mir Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Michael, ich denke dir hat es auch Spaß gemacht. Du konntest endlich mal bei irgendwas glänzen. Das ist wunderbar. Nächste Woche bin ich mit Star Trek wieder dran. Dann kann ich auch noch was machen. Das ist wieder mein Metier. War natürlich ein Spaß in diesem Sinne. Macht es, Jod. Dir vielen Dank für deinen Support, deine Unterstützung. Du hast ganz fantastisch mich aufgeschlaut, was das angeht. Ich werde die Herr-der-Ringe-Sachen in Zukunft mit anderen Augen sehen. Vielen Dank dafür. Und euch vielen Dank für eure Zeit. Es war eine Menge, die wir überbracht haben. Ihr müsst nicht weinen. Ihr müsst nur den Feed auf Nötizismus umstellen. Dann entgeht euch keine weiteren Folgen. In diesem Sinne. Macht es, Jod. Bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Tschüss.